Machen wir mal alles gemittlisch Kerzen rümmen. Porno Kerz. Wie? Porno Kerz, mischte Bappe rümmen. Ja. Kulikowlasen. Machen Sie eine Kulikowlaut. Die sind wir auch als Kulikowlaut. Die sind in Kulikowlaut. Die sind 분리 weniger. Die sind den Kulikowlaut. Die sind so super. Die sind die, dass die Kulikowlaut auf dem Kulikowlaut. So, warte mal los, als nächstes mal ein Stimmt, Tito. Oh, weißt du schon ein Wurzel vom... Nein, ich habe kein YouTube-Video geguckt. Ich bin mir einfach zu dumm dafür. Wir sind Wurzler nicht in Wurzeln. Mann, nein, anscheinend nicht. Schau doch, komm, mein Papa, schau doch hier. Scheiß, 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 ich habe es gesehen. Was sind sie? Weißt du, ich habe sie gesehen. Was ist das? Weißt du, ich habe sie gesehen. Also, ich habe sie gesehen. Scheiß auf. Na, das guck, ich habe nochmal eine Wurzel. Jemand hat so einfach ausgesehen! Also noch einen, oder was ist das? Und das noch einen? Oh mein Gott, während dem Flay ist das so schwer! Oh, während dem Flay ist das so schwer! Ja, Mann! Wollen doch! Hey, bleib los, stuhlen! Amai! Oh, ne! Zumal da sind Helikopter, oder? Jetzt nicht schweinen! Na dumm, da komm! Hallo? Ich will doch nur mit einem Wurzel fangen! Oh, Babo, Babo, schon erfund! Oh! 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 Du, da bist du nicht! Schon mal gelungen sein! Du! Oho! Wie komm ich da rup? Oh! Na, schwenk ich musste rup, irgendwie! Aber weh! Aber weh! Aber weh, Juni! Ich komm net plannen! Was ist das denn ich? Wie soll ich da wieder rupkommen? Guck, wie hälst du das? Oh! 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 Jetzt muss noch alles von der Weh! Das ist nicht perfekt, das wird jetzt! Okay, nun schon kohlen, jetzt alle kommen ja aber nicht durch. Mhm! Mhm! Nochmal der Glornklappeste! Ah, das ist mein Weg, ich bin zu nervöser. Guck, Löhne, ich sie kommt. Ich komm mit Löhne. Muss man im Egra rupen. Ich weiß nicht, ob ich meine Dinge rupen muss. Verschmengen, da muss man Mikro rupen. Ja, da muss ich noch einmal rupen. Wie ist das? Du kannst nicht selber den Baum rupen. Wie ist das? Da ist er. Ich weiß nicht, ob das geht. Da bin ich am Arme durch. Du kannst nicht hin. Du kannst nicht hin. Du kannst nicht hin. Du kannst nicht hin. Es kann landen. Ich komm da nicht in den Plans rum. Ein Rupsspanger kommt mir kein anderes an. Und warum? Du willst nicht hin schnauze. Ja, wirst du, dass du da gesehen hast? Ja. Du kannst nicht hin. 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 Mission gescheitert. Zurück zur Basis. Ah! Ich bin einfach rup gesprungen von ihm. Musst du sie noch selber rupfrappen? Ja. Mit der Hand zieht er. Ich weiß nicht in welche Richtung ist die rupfrappen. Wow. Sie haben sogar eine Rolle. Rieseln. Einfach zu äh... Fuck! Rieseln. Ja, weil mit der Hand zieht er. Das ist dann scheiße falsche Weg. Geil. Ah, okay. Hol die doch rupf, Mann! Der hat den Helikopter mich gleich gesehen. Sonst können wir halt wie ein Profi essen. Äh? Nicht aber immer. Ich habe eigentlich geblieben. Es gibt nicht nur noch andere Rumpfrappen, dass du ein bisschen reinkriegst. Das muss ich mit der Hand zieht. Aber trotzdem, ich finde ich die Hauptstadtstadt- Aber wirklich, weil da muss ich halt nicht extra neige rufen. Ah, guck geht! Zack, bei der ist doch keine Ahoy. Yolo. Das war einfach. Und dann muss ich auch kein paar freisch halten. Stufe 21. Stufe 22. Stufe 22. Das ist nicht überall, Mann. Das ist eine Mackerfunde Dinger. Vielleicht wusste ich auch nicht mehr, ob ich einen bestimmten Platz habe. Kortschritt muss man. Was hat? Moi. Ich will ja meine Kran immer, Mann. Na ja, seht. Oh, das ist neigen Önnen im Boot. Oh, wo ist denn so Önnen? Yay! Ach so, das ist wie ein Hannes. Ich muss grad WLAN Gesicht tun, ey. Oh, ausgezeichnet! Oh, kleine Kampi. Ich hab jetzt überhaupt nichts gewohnt. Die sind da unten. Die wollen hier nicht hoch. Lass, ich kann ja über die Dinger gehobklammern. Oh, ich hab schon gehört. Kannst ja mal ein Kran einfach. Nee, ich hab da nicht gesehen. Oh! Und da fallen sie. Oh, was brauchst du dann? Buur. Geh länger weh, ich geh länger weh an. Dann sind wir ganz, ganz dummer bärisch, man. Grummel möchte ich doch nicht zu öfern, also. Ma look. So, haft ja unter den ganzen Carly Dinger. Pfeifen hier nach Alpha. Mit Verse 1? Ach, ha da geklebt. 15 Minaszener mit. Und dann? teacher Vő If начала? schon dass das erste von der ganzen Hallo! Hallo! Wie gehts? Oh! du hintersteller herz so gesehen ist es nicht zu kompliziert es dauert halt nur es ist nur eine ich habe sie bei dem machen kaufen und greifen eigentlich finde ich mit den jahren wurde es immer einfacher für die letzte taunung freizuschott ich bedenke dass die alten missionen viel schwieriger waren mein gott ich bin bereit noch ein helikopter wie viel reich heute hat die schweiß punkte da bitte aber treffen die mich nicht so weit der granatwerfer war nicht so kompliziert muss halt nur den richtigen spielmodi spielen noch ein helikopter noch ein helikopter misst die nachgebührung hier wieder zielobjekt alpha ist sicher der feind hat zwei zielobjekte gesetzt wir müssen sie sichern und ja ich werde sie sowieso alle machen also ob ich schätze mw2 waffen machen ist eine andere sache aber ich werde alle neuere die neuen waffen auch machen schweiß ich habe hier die 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 b die die zu so ein avatar drin call of duty ist immer fürs ganze jahr sowieso hat genug zeit deswegen ich nehme mich jetzt durch avatar anfang hat das spiel mich echt gelangweilt und jetzt nicht ja ich bin so dumm mir fehlt immer noch was schnüff soll weil gestoßen hat ich gesehen ja ja er schläft gerade er hat keine kleinen guten tagen im entlang der typ mit der pumpe ich brauche nicht schliff ich brauche schilf das ist ein schild ist das nicht im wasser wenn ich dir nicht irgendetwas an ja ja in den normalen trash talk rein und ich zieh dich rüber ich musste wegen verschiedenen sachen einen privaten kanal ich höre die lehnser schon stuf 250 oh gott die reden zu 6000 gerade oh mein gott hier kann ich mein krass charakter um ändern ich kann mir andere haare machen ich kann mir auch sagen ich kann mir der sexe extra erwartet deswegen ich sterbe ich ende einfach mal den ganzen apothek war das alles am anfang was kämpft hier hier aufschippen nein, ich hatte fast B umfass du ist alles so geschmutz, neue Kost verfügbar wo ist sie denn? okay ja, cool, interessiert mich so viel zu langes manch, du pumpen, honey, du gehst mir so auf die Nerven feind sichert Charlie über der Kreifer wird gesichert feind sichert Bravo gut ach, klaust du doch schon ja, die ganze Zeit das ist nur für meinen Ikran ich wusste ja etwas für mich kannst du den Ikran noch tunen? ja aber hier steht, hier wäre eine Quest frei also einmal oh, hier kannst du hier noch klauen? nein ich finde aber niemanden mit einer Quest äh ist hier jemand mit einer Quest? mit euren Fügeln nein, okay, ich geh weiter äh es geht ja gar nicht weiter wo ist nur jemand mit einer Quest? ah ja, cool aber jetzt muss ich die Wurfe fertig leveln ach, hilf ach, hilf ah, immer was anderes, was ich brauch hier, Schilf wo gibt's Schilf? das würde ich denn wissen, wo das ist ich hab doch keinen danke danke du schmutz die Stellung sicher die Stellung sicher ohne Einsatzbereich hoch 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 Verbündete Drohne im Einsatz. Oh Mist, Teammates. Nein. Wir haben uns die Führung gesichert. Das Vieh stinkt bestialisch. Das Vieh stinkt bestialisch. Den Bereich der Stellung wurde verlegt. Sie ist verbindet in Sanden geschützt im Einsatz. Fondert Drohne bereit. Was für so ein brutaler Pach war. Ich verstehe. Fondert Drohne sendet Störsignale. Nee. Ich bin doch schon. Ich soll den Capture Cup können mehr unten am Streamen. Wen? Mein Computer. Vielleicht musst du noch dich machen für den Driver, für den Capture Cup. Eigentlich benutzen wir schon gar keinen Capture Cup beim Streamen. Daraus schon ein Avatar, denkens. Ja, das ist natürlich belastet. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Bereithalten. Ich habe mir zehn. Ich habe mir zehn Abbrüder geschehen. Das ist schnell der Momobkreis. Wen? Das ist viel. What? Warum red ich? Ich werde auch viele, wenn ich nicht gewischt bin. Das ist ein Kapitur Cup und ich habe immer noch ein paar Mal. Ich habe den Helm. Das ist vielleicht schon so, weil ich so viel mehr als Salute nicht. Ich habe einen Capture Cup und ich konnte auch die anderen. Ich warte, wenn ich das nicht. Ich habe den Helgato. Ja. Raus, stöpseln! Raus, stöpseln! Raus, stöpseln! Also da magst du teilt immer werfen. Wolle, das kann ich auch nicht? Ja, auch gleich raus. Ziemlich werde ich erst mal aus dem Discord. Ich kann nicht das in der Teile im Spiel. Nein! Also! Ich kann es auch mal gerutscht. In hängliche Stellung! Bereithalten! Der EGW ist aktualisiert! Zur Stellung gegeben! Ich stimme noch! Und ich hab dich aus dem Bild raus, wie du siehst, hier! Das Karin war jetzt geschnitten! Ja, Romain! Schieß in der Doppel! Nieren-Schenkel! Ich werd gern die Musik gelaufen hören, weißt du, die ich um YouTube... Um YouTube-Hund von Avatar! Aber die hast du geschützt! Aber die hast du geschützt! Vielen Dank dafür! Tut mir so leid, dass ich das nicht gesehen hab! Warte! 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 Verwisch gesehen! Warte! Mann! Warte! Mann! 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 ja ohne witz fällt mir so leid ich habe das erst jetzt wirklich gesehen hatte wie viele stream sich an machen also johnny spät rennen am 2 und er hat schon gefragt ob jemand mitspielen will von uns obwohl er ist das update ist aber das ob das spiel ich habe nichts gesagt ich habe nur gesagt ja ich habe das spiel ja ja ich glaube johnny joni kent kennen hinter den kulissen ich guck gerade so ein stream von dem luxemburger der regt sich so übel auf wie man das spiel rennen wir es mein gefragter stahl mann boah das spiel ist doch nicht einfach ja 69 kills mit pistole hat er und der dinge ist da käme entschuldigung hab dich wie geht es euch ja mein bett ist durchgebrochen das nervt mich am meisten was hast du schon wieder gemacht ich weiß auch nicht die alle viel spiel wiese auto kaputt dann wird kaputt was machst du wollen wir wissen was du gemacht hast und ich habe mir heute neues bett bestellt aber es kommt erst in drei wochen das kotzt mich richtig an auf bett punkt.de das ist von 3218 euro auf 999 runter gesetzt war gut okay danke für die leute mich also der typ ist ja wahnsinnig ich mach den stream anders sofort da der wartet den ganzen da danke mich du bist ein guter ich dachte mir was runter weil ich komme nicht in so einer whatsapp gruppe rein er schickt mir ständig so link aber ich komme nicht rein in den scheiß so und jetzt lasse ich mir das irgendwie über den pc runter da musst du damit sicher gut da ist kein qr code dadurch er hat mir das jetzt schon öfters geschickt aber ich bin halt aber jetzt sind richtig verschwitzte lobby sie oder ja ich komme auch nur in gruppe 250er leute ja ja ich bin auch so einer die spitzen alle weil es doppelte punkte noch weiter gibt bei mir ist da einer ein sniper dabei alter der fickt alles verknüpfte geräte wo steht das denn das ist das erste ach da das ist dieses dingens da ich glaube es ist dieses ding ok erkennt geräte zufüge ja ja das ganze ich will meinen meinen whatsapp mit dem pc verbinden das ist so voll easy ja es hat jetzt funktionieren weil ich will einfach in diese scheiße wird der gruppe einmal jetzt bin ich drin gruppe beutreten luxemburg kommt in die gruppe welche gruppe welche gruppe fehlen was willst du tun ich will wenn ich ja ich bin habe ich keinen plan von was zu reden ist aber ok die spielst du immer noch hardcore für die pistole nein kommen wir in die sekte kommen die sektoren ich finde das gut ist und so luxemburger die haben jetzt entschieden sich zusammen zu tun und in so halten whatsapp gruppe und so zu machen und dass wir uns alle treffen und deswegen gucken wir jetzt alle wie du warst und deswegen bin ich jetzt mal da hinzuge ich hab dem gegner sein juggernaut geklaut aber weißt du dass du das schild damit levelst wenn du mit dem spielst aber ich finde das gut dass du irgendjemand die abschliessiert will klauschen die kämpften ja eh nur oben ja die mutter der flüsse gucken wir mal ist das überhaupt hier habe ich das überhaupt schon freigeschaut gut ich bin zwar auch das arschloch im team wenn ich jemanden sehe von meinem team der rumkommt und dann ganz stolz seine kiste ruft dann töd ich ihn und nehme seine kiste also ganz im ernst das sind fünf kills nur er hat sie nicht verdient er hat sie nicht verdient er hat sie eh sich erkannt er hat sie wie ekelhaft der boh der boh ist ein kameradenschwein aber ich kann es verstehen Nello ist auch ein kameradenschwein ja wenn er dafür kämpft für eine kiste also ganz im ernst das sind fünf kills nur ja und wenn du hardliner hast du werden wir vier naja kameradenschwein nö wo ist ein graslandbiom wo ist denn das ich habe doch so ein scheiß schild schon gefunden von herstellungsmaterial ja du spielst aber da ja schlimm gut und ich muss hier 100.000 sachen looten um eine bessere waffe zu bekommen aber ich finde das gerade absolut gar nicht hier ich spiel gerade in der smashes näher ich bin ich gar nicht frei gar nicht frei aber so schilf das wächst doch bei einem fluss schluss ja level 99 was level 99 erreicht ok ich bin bei 200 250 90 da war ich schon lange hin ich habe das so kann wieso nicht denn die waffe herstellen mann wenn dieser schmutz noch gar nicht entdeckt ist ja dann muss sie eine andere waffe herstellen suche schluss mallorca guten abend ihr lieben menschen hi jana wie gehts wie stehts jana ja ich könnte gerade so kurz machen was habe ich hier neues für am mai aber wie dann ah die farbe ist so hässlich jetzt habe ich 6000 wurzeln ja bei mir auch ich glaube bei den anderen beiden hier auch ist so schmutz wie kann ich denn sowas gefunden habe wenn ich das nicht mal freigestellt ich habe das gewissen Marcel arbeitet er wieder wer arbeitet der Marcel oder er ist am stream ja wieder ohne uns dieser hunde äh der spielt Dead by Daylight wie immer Dead by Daylight ja TBD ist doch hier COD was los mit dir hm 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 ach Michi wie geht es dir mein Guter michi wie geht es dir mein Gutter immer erklimm du die Kolonie mein Freund ich bin sie auch erklimm alleine die scheiße das von mir die alle hinter mir nicht so viel schmutz ich habe auch gleich die waffenkammer fertig schwierig ne ja ich habe nicht drauf geschwitzt also ich sage ja egal wie wenn du sie gemacht kriegst du ja punkte und es gibt auch ein glitsch wie du die sachen viel schneller freischaltet ja und zwar die haben den fehler nicht behoben du kannst ja im zombie alles extrahieren ja und das heißt jegliche ausrüstung und oder waffen die du extra jetzt hast du automatisch in dein sortiment auch wenn du die eigentlich über die missionen freischalten solltest okay ich sage ein tuch schlägt dir gleich eins ins gesicht wenn du weiter so unsinn über mich lange also dort geben wir weg warum kann ich das nicht wie gesundheit ja bei uns geht die welt unter ne ich schwöre wie die schwömmung überschwemmung also im nachbardorf die kommen schon mal nun nur mit dem boot unter durch die gegner unser serie die park also wir so ein affenpark ist komplett weggeschwimmt und die offen ja nicht nur affen auch tiger und alles die mussten erst mal evakuiert werden und so wurden die dann evakuiert in anderen zone die haben aber reagiert ja du weißt ja wie dumm diese leute sind manche schon aber die sind nicht dumm also natürlich ist das mega mister die haben gerade alles neu aufgebaut und alles kaputt als ja und wenn man weiß wie lange deutschland immer mit baustellen am kange sind weiß man auch dass es lange lag die mag nicht die haben alle anzeige haben alle angst das also von meinem kumpel das haus ist auch direkter so beim hochwasser und die haben jetzt schon knapp 50 zentimeter im keller und das wird noch mehr weil die 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 staude werden jetzt abgelassen und ja gerade mal was da passiert das ganze wasser kommt bei uns hatte ihr unter das schlimmste ist wenn du in einer gegend bis wo gewusst ist dass hochwasser ist darfst du mal dein haus nicht mal versichern für hochwasser nein du musst extra du musst teurer bezahlen also in luxemburg ja ja das ist aber auch in deutschland so aber dass das ding ist ob du das schützt oder peng bis die bezahlen dauert es ewigkeit wenn du überhaupt sind bezahlen wenn sie nicht sagen nee das liegt an euch das stimmt ja ja diese jetzt schon seit weihnachten also heiligabend sind sie schon dabei am sandschiff mit die armen leute naja und von einer freundin von mir der ex der hat sich gedacht oh ich kann ja ein loch rein vor den boden und gerade wo das wasser herkommt aus dem boden ja grundfassert ja klar junge nicht in erdkunde aufgepasst ne der hat überhaupt nicht aufgepasst also ja das war wieder so ja war ne geile idee auf jeden fall damit das wasser ablaufen kann ne ja jetzt hat er noch mehr wasser der gute wille war da die initiative war da gut geklappt auf jeden fall muss ich ganz ehrlich sagen war ich top wo sie mir Fotos gezeigt haben alter schwede warum kann ich verschiedene sachen nicht die sachen du gibt die gleich so eine kopfluss ok es gibt immer meinen tag mein tag war ganz in ordnung ich habe hier geschlafen es geht alles alles super duper und bei dir jetzt habe ich den besseren bogen maschine aber ich bin immer noch nicht ach warum nicht warum nicht das nervt nicht hier ein päckchen musst du bei uns ach so ja dann freue ich mich ich habe schon gar nicht mehr mit päckchen gerechnet hat gabi überhaupt sein geschenk bekommt ja gabi hat mir auch ein geschenk geschickt ist auch angekommen ich bin echt zu tun mein charakter hoch zu lernen wie wo ist er dass ich da komme alles gleich gut ist das so viel scheiß dreck das ist schlechter gar nicht mehr um die die ecke ich check das nicht hast du hier wie eine bekloppte und es hilft nix und dann lässt du mich sterben danke für die bits danke ich bin jetzt schnitt soll ich jetzt zeigen was ich von beppo bekommen habe also besser hat wir einen gutschein gemacht für ein parfüm und ich hatte heute dieses parfüm und es ist voll nicht leer wie beppo geglaubt als das coco mad moselle von chanel ja ich finde ich jetzt nicht bekloppt das ist sehr nett das ist sehr nett dass du mich nicht bekloppt findest aber ich schicke echt nicht wenn man probleme zu essen ich habe gerade den großen messer geworfen und dabei getrunken ich glaube ich brauche das ist immer so was von gemein er dachte boah ich verstecke mich erst mal hinter irgendwas schuppenringen also ich muss sagen die ninja sterne sind richtig geil weil der flugwinkel ist ganz anders bei den ninja sterne wie beim flug beim wuchtmesser ich habe die noch nie genutzt die kannst du nur freischalten wenn du 50 kills mit wuchtmesser gemacht hast wobei so auf kleine maps wie shipment war das ziemlich schön wird da mit einem schönen Ehrer und müssen wir achten ich habe ein wenig das liegt hätte wie ein Stück Scheiße auf dem Boden das wäre geil was messert mich mein eigener teammate was stimmt mit dem denn nicht ja ich hab gefetzt ja level 100 und gold für die pistole ich hab so viel essen mit man das ist gut und gab's lecker essen bei euch bei mir ganz üblich es gab kaiserspastete ok also mir erklärt und bei dir kartoffelsalat mit würstchen rotkohl mit wir haben wir machen was anderes zu gestern nein es ist rinderroulade mit rotkohl Prozent aber geil wir werden der Gäste in die gab es in die Dampfen Dampfschnudeln sind auch gern wir gab es gar nichts gar nichts besorgt viel einfach nur stüllen Ne, wir haben, äh, Mittags haben wir schon übel, geile Burger gegessen, selbstgemachte. Das ist geil. Und dann, hatte ich auch echt gar keinen Gramm mehr auf, 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 auf den. Ah, na, 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 na. Das war ein Absinne. Dann hab ich was zu essen. Ich hab jetzt mal einen Sturm gewählt, hab ich nicht? Ein stärkeres Sturm gewählt? Na, ich dachte, ich hätte stärkeres Sturm gewählt. Das Spiel ist verwirrend. Ich bin echt so dumm, dass ich da nicht rufkomme, aber warum? Die machen nichts noch für bessere. Ja, ne, mach die Waffe weg. Chill dich. Ich schieße den Überwachen, CD auch. Das gibt's eh, oder? Ja, hab ich gar nix. Danke. Danke für gar nix. Ah, ich kann diese Füße nicht machen, weil ich nicht stark mit dir was. Das ist die Luft reinigen. Ah, ich glaube, natürlich. Ich hab ein Sturmgeleiter, der wird mir so den Arsch polieren. Das wird mir so hart kann den Arsch polieren. hatte ich gehe ich fliegt da ich fliege hier hin und dann fliege ich darüber und dann fliege ich dahin weil dann habe ich sofort 50 sachen freigeschaltet das ist so scheiße gemacht ich brauche schild wo sitzt du wir gar nicht der kunde das sind feihnachts ich glaube nicht dass sie das zu weit geschafft habe halt da eine schlimme runde war das mann und bei dir auch so aber es gibt keine weihnachten früher habe ich mich immer gefreut weihnachten geht gar nicht da ist schön die buchsklatsch da gab es noch nicht dieses im diese kacke für noobs da die qualität vom stream her gut keine ahnung ich bin bei ich habe kevin gerade gefragt was wollte ich sagen jana wenn du willst kannst du auch in disco reinkommen du hast die rechte ja ich nicht irgendwie versorgen ich tue auch kein was nein wir hatten halt nur ein bisschen ja alles gut ich habe mich nur gewundert so die war fertig dann auch fertig dann nächste pistole haben wir dann die die ist auch gut die ist richtig geil ja dafür habe ich sie mehr zum schluss behalten also alles was also ich habe das meiste habe ich alles mit mit akimbo fertig gemacht ja gut zum schluss musst du ja akimbo spielen nee hey durchgehend die frei hatte zack akimbo rauf all der zack und du konntest aus jeder position konntest du die ziehen ja die dinger sind so präzise das ist nicht normal und danach habe ich noch die letzte ist die mini mp jani ist klar was schießt er denn auf mich ja gut die stinger mit dem aufsatz die aus der waffen kommen kriegs ist maschine ja du kriegst überall so krassen scheiße ich habe eine waffe gehabt also eine dmr war das da musstest du es war so aus wie so eine deutsche waffe keine ahnung schwarz weiß gelb blau blau das ist hier jeden fall das sah die gut aus und die hat extrem gut gedroppt das war eine mtz die letzte dmr die ist echt mega die dmr sowieso durch ich muss landen hast du schon durch die habe ich schon alle durch ich gehe von hinten nach vorne dankeschön und dafür mir fehlen nur noch die kampfgewehre mps und sturmgewehre so wenn du bist ja auch bald durch jo also ich bin bei was sagt er mir 19 von 36 ich spiele jetzt eine drecks map alle ich mag die ja überhaupt nicht dieser komplett scheiße danach kann beppo meine waffen machen wenn er will diese komische diese komische ich habe eine wette zu gewinnen wette zu gewinnen wieso dass du deine waffen fertig ja ja aber wenn du nicht zockst christine fährt ja aber ich habe momentan überhaupt keine lust auf cod er kann ich mir vorstellen also eine zeit lang hatte ich auch nicht so den die lust aber irgendwie nach weihnachten habe ich mir einfach mal angesetzt und zack war ich fertig naja ich bin ich habe aber da angefangen ich dachte so was ist das für ein schmutz game aber eigentlich hat es mich dann halt mehr interessiert und jetzt komme ich nicht mehr los alles gut scheiße die habe die easy rausgenommen hätte ich sie nur gestern gekauft ich bin jetzt erstmal mit der sniper mit der alten sniper die ist viel kleiner als alle anderen ich habe das hacke hacke ich hacke ich hacke das jetzt ach kimbali taxe ist tablet ich hacke es sei doch nicht so dumm oder bin ich so dumm oder bin ich so dumm oder bin ich so dumm alter was ist denn das etwas sind das für komische leute schon wieder in diesem game mal da die spritzen vom herrn der eine sitzt die ganze zeit nur stumpf in der ecke wir sind wie das irgendwie jeder macht klassiker naja naja na hallo ich habe mir den berger king sken genommen ah ja nicht wirklich also du musst es aber im bürger king für 15 euro einkaufen ja hallo 15 euro bürger king das sind doch nur 5 6 10 bürger richtig dafür aber das problem ist in bei uns der gegend war er nicht zu bekommen der code ach so ja und dafür habe ich ihn dann im internet für 20 euro gekauft das ist natürlich nicht so geil gut kommt auf den gleichen preis ich habe dem anderen hat mir noch trinkgeld gegeben von fünf euro ich sag so zu kevin bringst du mir einen strohhalm mit und zeig auf meine red bull und die ganze red bull fällt um und ich so gott sei dank war sie zu mein ganzer tisch wäre jetzt am arsch gewesen ich habe schon gesagt du press mir größtendisch ja aber mein gott ich hatte jetzt gerade ein bisschen herzenfakt ne ich dachte jetzt liegt mir wurde gerade ein bisschen warm ein bisschen hütti hütt wobei käme ich schon vierte und wo ich es mal geschickt hast man frigo und ich besser geguckt hat ging es ging mega geil gamer frigo ins bauch ich hab den gesehen und ich dachte so schickt ihr mal beppo wenn ich sage jetzt beppo dann rede ich mit beppo weil ich schicke da bild weil schon die du gesagt auch richtig geil aus ich bin jetzt ich bin jetzt ganz fortschrittlich mann ich dafür wenn er das so schlecht einstellt dass das dass ich oder sieht echt geil aus ja die gesagt richtig schön weil und prüsten mein kummer geht schon alles am schwarzen muttern wird mir genau geht der sieht richtig und der bilder sucht led reflektiert der tisch der das tischendem glas und durch beliechtung vom glas die stadt mutter der tischendem glas ja weil es sich in der fünfer sieben sicher heisst dass der tisch vom büro für genaue die hübschen drinnen drin okay warum geht das nicht absehend noch nicht angenommen okay Der Duel Friggo kostet 450 Euro. Das ist teuer. Aber hier sieht es geil aus. Aber das ist was Schönes. Das ist teuer. Es ist halt echt teuer. Die hübschen Nippen sind auch immer... So, ich geh noch eine rauchen. Und dann geht's weitergelevelt. Ach man, das heißt, das war ein richtiger Beef da. Kann ich verstehen. Es gab Beef. Bei uns wurde ein Dueless überfallen. Ein Supermarkt. Ein Dueless. Also. Da hab ich noch nie drauf geguckt. Ach ja. Wo ist diese Tante? Was hast du für mich? Geht runter, geht runter. Runter, runter, runter. Schmutz, du bist Schmutz. Hey, kann ich meine Waffen upgraden? Erschaden ist. Das war ja wieder so lächerlich. Es war wieder so lächerlich. Was denn? Was denn? Naja. Die Date ist, äh... Ja. Ungefähr 50 Kilometer entfernt. Ja. Ich hab trotzdem getötet. Ja. Ich hab trotzdem getötet. Was? Ja. Weiter das Magazin ist immer geil. Na. Ich glaub, ich nehm das mit, weil... Weil, jetzt bin ich bald auf 8. Das heißt, ich kann bald... Schrotflinte ist nicht dasselbe Windsturmgewehr. Naja, das ist was anderes. Oh, das hab ich dich jetzt echt nicht gefragt. Okay. Aber das müsste doch... Nein. Nein. So. Oh Mann. Ich bin auf 8. Ah, die Waffe ist geil, ey. Die Holger, ey. Die ist doch besser. Warum stand da? Die ist schlechter. Die hat mich voll angelogen, das Spiel gerade. Find ich nicht gut. Das Spiel mobbt mich. So, meine Waffen sind jetzt stärker. Oh, Bruder, was hast du denn da für mich? Und ich kann nix davon nehmen. Ja, ja. Warum ich denn hier hoch? Ich habe mich verlaufen. Nein, ich habe das Gefühl, dass ich mich verlaufen habe. Ey, sind doch irgendwo Treppen. Ah, hier. Ich habe es nicht so mit der Orientierung. Mein Navi braucht ein Navi. Der war schlecht. Ja, das war eine lustige Runde gerade. Ich bin dann später reingekommen und habe 50. Und achtmal gestorben. Achtmal gestorben, du. Was steht da? Aua. Old-Annahmen. Eieieiei. Eieieiei. Da geht es richtig ab noch. Wir haben eine Notfallwarnung gekriegt. Aufs Handy jetzt. Muss ich auch noch hier in die Sandsäcke steppen. Ich bin jetzt Level 8. Aber Beppo? Beppo ist rauchen. Ach so. He's gone. Ach du miese diese, Alter. Ich sehe nie auf der Gim. Aber unter Tarnung sieht es besser aus. Also von der Tarnung her. Ich weiß auch nicht. Okay. 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 Okay, es ist Nalin, ja. Okay, es ist Nalin, ja. Man. Die Quest kekst mich. So, wen laber ich jetzt noch vor? Dich? Na, hast du? Hm, das nicht. Mit dir kann ich über die Waffen reden, ne? Ich hab' ich aber gar nix. So, bin wieder da. Jojo. Aber die unbezahlbar Tarnung sieht besser aus, ne? Meinst du die auch? Hm, nicht wirklich. Also, da find ich dann eher bei den Zombies die Vortarnung besser. Die Vortarnung find ich persönlich nicht so geil bei Zombie, sondern die Enttarnung. Also, die find ich mega, Alter. Ja. Aber der Grind, äh, no go. Seid ihr so, wie es ist? Gut, ich werd' mir den Grind noch geben für die MP2-Waffen, weil für Warzone auf Mobile wird der Account so übernommen wie der von der Playstation. So. Das heißt, du kriegst die gleiche Tarnungen. Ich geh in die Ecke. Ja, ich hab' ja, äh, von MW2 hab' ich ja die Tarnungen. Ich hab' MW2 nicht viel gezockt. Ich schon. Extrem. Also, der Grindr war richtig. Da ist das hier Fingerwitsch. Mist, hab' ich vergessen, die Würfe abzusprechen. Hm? 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 Was ist er denn da? Ja. Ja, die campen und campen und campen und kommen nicht mehr aus dem Spawn raus, Alter. Hattest du die Tarnung gemacht von den wöchentlichen, äh, Missionen? Ja. So, Guldener Fluss find ich mal gar nicht zu hässlich. Nö. Ich bin mal gespannt auf die neue. Was muss man da machen? Äh, auch wieder so wöchentliche Quests. Und dann kriegst du ja, wie heißt sie noch, äh, wie nennt sie sie? Die... Kohärenz. Naja. Uff, uff. Uff. Entschuldigung, ich sag' zu mir selbst, uff, ne? Nicht zu euch. Gut, sowieso dauert es noch ein bisschen. Es sind ja noch zwei Wochen vor uns. Ah ne, noch vier Wochen, weil es sind acht Wochen. Was? Äh, äh, du musst acht Wochen die Wochen-Quests machen. Kein Plan, ey. Ich hatte auf einmal die Quests fertig. Von der letzten. Und das war okay. Also, ich fand die jetzt nicht schwer, aber... Abschluss bestätigt. Feinde neutralisieren. Marken nehmen. Gewinnen. Wir haben uns die Führung gesichert. Äh, äh, die Campen, die Campen, die, Alter. Ist ja nicht normal mit denen, ey. Die kommen ja noch nicht mal ansatzweise aus dem Sporn raus, ey. Das Spiel lügt die ganze Zeit. Beppe, das Spiel lügt mich an. Wieso? Abschluss bestätigt. Feindlicher Luftschlagfeuer. Weil, weil ich, ich, ähm, ich versuche ja hochzuleveln, ne? Ja. Und ich habe jetzt hochgelevelt, weil ich mir eine andere Waffe gekauft habe. Und, ähm, dann sagt das Spiel mir, das würde nix bringen. Und dann kaufe ich trotzdem die Waffe. Und es hat was gebracht. Jetzt bin ich Level 8 einfach, weil es so... Voll gelingt! Sie wollen dich verarschen. Ja. Ich würde halt gerne irgendwie Sachen verkaufen. Aber das geht nicht. Voll dumm. Kann ich an dich nix verk... Warum können wir handeln, aber ich kann dir nix verkaufen? Ist doch voll behindert. Das ist doch Sinn vom Handeln. Warum kann ich denn nix handeln mit dir? Ist so voll dumm. Okay, okay, okay. Aber ich bin jetzt hoch genug gelevelt, um alle meine Quest zu machen. Das heißt, ich mach zuerst, äh, getrennte Verbindung, weil da muss ich einfach nur die Tiere abknallen. Boah, ist ja ultra weit weg. Ich hab mich einfach dahin teleportieren. Und dann bin ich sofort hier. Und dann kann ich, ah, siehst du, siehst du, wo alles geht, alles geht. Ich hab aus purer Langeweile, hab ich mich amüsiert. Alles so ein bisschen zu überfliegen. Und jetzt habe ich die drei Viertel der Map aufgedeckt, aus Versehen. Hi. Aufhelfen. Ich will kein fettiges Fleisch essen. Ähm, okay, ich muss Tiere abknallen. Mach ich nicht gerne. Tierfehler. 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 Ja, es tut mir auch echt leid, das zu machen. Ich knall... Ich erschieß die. Dann kommen die zu Aigua. Ich glaub, da sind sie. Gut, gut, gut. Ja, ich bin Level 101. Oh mein Gott. Seid ihr die Bösen? Oh Gott, es ist so schrecklich, diese Tiere zu erschießen. Die sehen aus wie mein Hund. Okay. Oh, was? Ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich sie erschießen muss, ne? Wem musst du erschießen? Ja, und die sehen aus wie mein Hund. Wer hat da? So schrecklich. Ja, die wurden mutiert. Und ich muss die umbringen. Und die sehen aus wie mein Hund. Ich finde das so schrecklich. Ja, schon. Wenn du jetzt sagst, äh, hier, wo hättest du denn die? Nee, nee, die sehen echt aus wie mein Hund. Ich fände das voll scheiße. Ich höre ein Hund dabei, weil ich sie da nie will. Als ich das das erste Mal gesehen hab, war ich so... Oh mein. Okay. Keine Ahnung. Kein Schimmer. Ich bin mit Franzosen. Ich schrei sie an. Was? Ich schrei sie an, sag ihnen, sie sind scheiße. Äh, die funktionieren hier nicht. Ich zeig ihnen, wuzet, wuzet den merde. Nee. Ich hab ja noch die Momente jetzt hier drin. Du musst sagen, FTP, FTP. Naja, jetzt gehen wir schon ein bisschen, ne? Ich bin gespannt auf nächstes Jahr, was denn passiert in Deutschland. Bruder, Bruder, komm. 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 Alles ist gut, solange du wild bist. Ich schätze, dass es noch viel die abgeht wird. Ich schätze, dass es noch viel die abgeht wird. Jetzt pfiffst du mich hier so von der Seite. Ja, wenn es sind wieder lauter Packies. Reicht mir jetzt. Ja, jetzt bist du tot. Jetzt wird dir abgeknallt. Ich weiß, ich soll euch nicht so töten, aber... Ihr nervt mich. Ah, die geht gut, ne? Die Waffe? Die du gerade spielst? Die geht echt gut. Irgendwo ist so ruhig. Hat er gerade eine Abschussserie? Ja. Ja, es geht nicht. Ja, ist immer konzentriert. Ja. Naja. Ich hatte jetzt einen guten Lauf. Naja, ich habe es gerade gesehen. Aber Akimu, ne? Total top. Ja. Nee, ich wollte... Nee, ich will nicht. Ey, ich brauche gar kein Ding zu machen. Das ist ein Tier. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte sie nicht erschrecken. Wo sind denn die? Mann! Kommt her! Wo ist... Welche Verstärkung! Welche Verstärkung! Hä? Ich suche doch eine Waffe! Das finde ich versteckt! Alter! Mehr Jungfrau Mann, Alter! Ja, ich habe sie gerade in der Lobby. Ähm, der kennt wie nichts rum ist rum und... Ja. Es ist Böses im Busch! Naja, da ist richtig Böses im Busch! Naja, da ist richtig Böses im Busch, Alter! Ja, der sitzt da bestimmt immer noch. Nee, der ist abgehauen! Hat sich eine neue Posi gesucht, oder? Habi! Ich meine, das sind normale! Ey! Ich wollte nicht messern! Was ist los bei dir? Hm. Er wollte nicht. Ach nee! Fischadler! Alter! Wie geil ist das denn da? Wer war da? Ey! Was ist los? Heaven Laura! Ist ein Franzose! Jetzt geht es aber los hier! Können sie wohl nehmen, ey! Mist! Ich hab' einfach aus Versehen das falsche Tier abgeknallt! Drei Mann sitzen auf der Flagge und hemmten sich einen ab! Na? Mann! Zu zweit? Zu dritt? Zu viert? Was stimmt denn mit den Leuten? Ja, wir brauchen jetzt mal C oder B oder was weiß ich nicht. Ah, ich find diese Viecher nicht! Nö, nö. Bruder muss ganz schnell los! Mann! Wir nehmen Bravo ein! Ohne im Bereitschaft! Zielobjekt Charlie wird gesichert! Er hat doch was geknurrt! Oh, das falsche Tier hat geknurrt! Zielobjekt Bravo wird gesichert! Zielobjekt Bravo wird gesichert! Wir verlieren Alpha! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh, es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Oh! Scheiße! Ich bin weg! Alles gut Bruder! Alles gut! Ich wüsste nicht, dass es sein Zuhause ist! Das muss Freunde sein! Nein! Töten! 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 Alles töten! Nein! Das ist das stärkste Tier im Spiel! Nein! Nein! Hast du was damit töten? Nein! Nein! Es will mich töten! Lauf mit dem Flammenwerfer durch! Oh! 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 Das ist wie im Film! Das ist so ein Tannertor! Oder wie heißen die Fische? Ach! Äh! Da, wo sie immer drauf reingehen! Kommt der hier hoch? Kann der, kann der klettern? Und der andere ist Blaubastrube! Jetzt geht's aber los! Rieser! Der hat sich schön im Flugzeug verkämmt gehabt, Alter! Was für ein Untermensch, Alter! Ja! Musst du Blaubastrube ein Kindermenü bestellen! Ja! Wer sitzt da immer noch? Er denkt, ich seh ihn nicht! Oh mein Gott! Oh! Oh! Äh! Der andere hieß, äh! Ich weiß nicht! Von Sport? Oh! Ich bin alle zusammen, bei uns! Ja, Jungfrau, Mann! Ich krieg die Mayonnaise nicht auf! Es ist Böses im Busch! Er hat nen Busch! Äh, was? Es ist Böses im Busch! Andere der Name auf Monta Ruchen! Oh! Oh! Mehr Jungfrau, Mann! Kämpfer wie an der Flagge, Alter! Was ist da los bei dir? Hast du kein Zuhause? Naja! Naja! Das sollte sein, ist ne Schöne! Er denkt auch hin! Verbündete Drohne online! Jau! Der Fischadler ist nicht! Das ist ein Talantor! Das ist... Also... Ich... Ich finde das ja nützlich krass, ne? Ich bin noch Fing! Ich bin noch Fing! Ich bin noch Fing! Ich bin noch Fing! Was ist denn jetzt getötet? Ich find jedes Tier, aber nicht das Tier was ich brauch! Schmerz! Nein, du bist auch nen Tanantor! Bleib du da! Ich bleib hier! Und dann haben wir uns lieb! Ah, okay! Ich musste den echt abknallen! Das war er! Tut mir leid, Bruder! Tut mir sehr leid! Ach du armer, kleiner Schatz! Ich hab die Kleinen gesucht! Das ist nun die Großen! Das Spiel hat mich echt gelingt gerade! Wir haben alle Bühlerobjekte der Hand! Wir haben alle Bühlerobjekte der Hand! Was machst du denn? Los bei euch! Premium Camper! Ja man! Eben und weg! Nein! Was schießt der mich ab? Oh teammate! Was schießt du mir in den Rücken? Oh Junge! Das hat mich gesehen! Oh Junge! Also was machen meine Blauen da eigentlich? Die machen gar nichts! Pass auf! Oh mein, pass auf! Nein! Die haben mich von meinem Vogel runter geschossen! Ey das taucht nicht euer Hund! Der kann da einfach langlaufen! Man weiß es nicht! Den kann ich eh nicht töten, deswegen kämpfe ich den weg oder was? Das ist ja crazy! Komm her, komm her, komm her! Wir dürfen nicht so weit runter gehen! Wir dürfen nicht so weit runter gehen! Wir dürfen nicht so weit runter gehen! Höher, höher, höher! Okay! Dieser Blau-Bar-Spur geht mir auf den Sack, Alter! did Objekt bravo wird gesichert! Der ist, ääääh... know ich mit der beste... Na genau! ääh! unein sicherst bravo! enn sicherst bravo! All right! Diese Waffe ist einfach so ok! Baba! �lt Oh. 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 Wir kontrollieren Alpha. Esst. Wir nehmen Charlie ein. Feindlichert Bravo. Was war das? Die haben schon die Vito-Drohne. Mit was für einer Loopscheiß ich kann getötet werden. Ah. Wo wollte ich denn hin? Sie haben Alpha verloren. Oh. Jetzt regen sie sich auf. In dieser Runde habe ich schon drei Kisten dem Gegner geklaut. Oh. Äh. Der eine hat sich richtig aufgeregt. Der Fischadler. Der Fischadler. Die Fischadler. Genau. Oh. Super. Snacken wir mal mit? Die sind überwältigt. Wo soll das Zielobjekt? Charlie wird gesichert. Feindlichert Bravo. Wir sind überwältigt. Alle Zielobjekte gesichert. Feind übernimmt Alpha. Upsala. Ne. Upsala. Hi. Und alle mussten auch arbeiten bis Ende des Jahres. Nö. Urlaub. Nö. Ich hab Urlaub. Wichtig und ganz ganz wichtig. Ich hab gelben Urlaub. Klappe hat auch Urlaub. Du. Ich hab. Echt. Also. Die letzte Woche. Das war. Einfach nur. Graus. Alter. Das war einfach. Nur. Hetzjagd. Dies das. Aber. Zwei Wochen davor. War ich ja. Krankestiegen. Wegen. Corona. Stimmen. 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 Ja. War toll. War. War absolut mega. Kann ich jedem empfehlen. Ja. Ist ja große Gefahr beim Pulverbeschischt in Corona zu kriegen. Wagt nicht. Bei mir. Bei mir in der Firma. Waren. 90 Prozent der Leute. Äh. Irgendwie. Wegen Corona zu Hause. Das war ja das krasse. Scheiße. Ich muss. Äh. Man. Muss ich jetzt die Waffe einmal umswitchen. Weil das zählt nicht aus gezielten Schüsse mit Akimbo rumzulaufen. Äh. Ja. Du musst ZV abschützen. Hatte ich aber. Ja. Hätte ich dir aber auch sagen können. Aber die meisten Sachen kannst du alle mit Akimbo spielen. Jo. Das ist ja das Schöne. So. Gut geklaut. Dann habe ich hier nicht mein Lieblingsvisier. Welches? Äh. Das ist das eine Visier mit dem vorinstallierten Laser drauf. Keine Ahnung. Ja. Warte. Wie heißt das denn? Wo habe ich das drauf? Äh. Ich glaube. Wo habe ich das drauf? Ja. So. Das ist das Kronen Intlas MSP 12. Warum geht das jetzt nicht? Ja. Ja. Ich weiß welch du meinst. Äh. Davon kann man was sammeln. Aber warum lassen die mich das jetzt? Du ähm. Du siehst du einfach nur wegen dem Laser. Das war ja eigentlich nur außer Hüfte. Aber du musst auch Geflüte machen, ne? Ja. Und da fand ich es halt praktisch. Wieso? Weil du einfach zwei Sachen in einem hast. Hm. Hm. Was teilt Ewa mit dir? Dankeschön. Ey, er sitzt da wie beim Kacken, Alter. Was ist da los bei ihm? Hm. Alter, der eine heißt Schipi. Alter, der eine heißt Schipi. Alter, der sitzt da immer noch dieser Collie Streams, Alter. Ey, was ein Typ, Alter. Ja. Mit einem komischen Noob-Scheiß, Anna. Da sitzt der original immer noch. Hier hin. Ey, es ist so... Das ist toll. Oh mein Gott, wie mache ich das denn kaputt? Na ja, dieser Collin Streams, Alter. Der ist so gut, äh... Jetzt hat er sich nach hinten verzogen, weiß ich. Soll ich das kaputt machen? Okay. Ich muss von oben... Ich muss von oben... Wir haben aus Avatar gelernt, wir müssen von oben angreifen. Ich muss von oben angreifen. Ich muss von oben angreifen. Dann komm, meine Süße. Komm, Amai. Was muss ich... Hacke dich... Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt echt mit ihr hier landen? Oh mein Gott, Süße. Süße, wir müssen hier landen. Nein, dann schlägt der wirklich bei B da. Keine Ahnung. Da liegt der noch jemand da bei B. Was? Was? Hacke dich. Aber habe ich doch gemacht? Habe ich doch gemacht? Muss ich mich noch irgendwo reinhacken, oder was? In die Fluggeräte der... ADA. Hacke dich in die Fluggeräte der ADN. Aber ich habe mich doch da rein gehackt. Was muss ich denn jetzt machen? Ach, ich glaube, ich müsste es kaputt machen. Okay, Schneckchen, wir müssen ein bisschen weit weg. Kein Bock, dass mein... mein... muss meine Amai hier was abgräbt. So, Süße, bisschen höher. Ich versuche mich hier strategisch gut zu positionieren. Macht das jetzt noch mehr Boom? Oh ja, macht das! Ups! Was? Ne, ne? Alter! Cool! Mensch, Teamate! Was tötest du mich? Bist du dumm, oder was? Crazy got this one with another smartphone, ey! Ich kipp da in! Ich muss hier bleiben, Süße. Oh mein Gott, das hier wird jetzt so ein Zeitdruck. Das hier wird ein Zeitdruck. Komm, hoch, Süße. Nach hinten. Wir sind tausend Helikopter und niemand davon sieht mich? Nein, diese Treffe stehen wir nicht. Süße, wir sind zu nah. Weg, weg! Wir nehmen Alpha ein. Wir nehmen Alpha ein. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zielobjekt Charlie wird gesichert! Alter! Der Zweite hatte zwei Kills. Du was? Ich hab die Death nicht gespielt! Der Zweite von... von meinen... ich glaube der Waffentarnung ist einfach nur schlecht jetzt wechsel die Waffe jetzt einer liegt was muss man bei avatar machen das ist ein open world spiel du kannst so viel machen ja ist das wie vorlaut aufgebaut es erinnert ein bisschen dem spiel dann weiß ich dass ich das auf jeden fall nicht spiele interessant also ich dachte auch ich hab's angefangen ich hab's angefangen und das spiel hat mich echt genervt muss ich sagen ich wollte es echt nicht spielen aber jetzt bin ich 20 stunden drin und jetzt ist es interessant ach du ahnst es nicht der wird auch hinter mir gespawnt weg 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 der eine ist ja richtig witzig gewesen alter er schmeißt ne rauch und hab erst mal schön hier nachts sich gewesen mit es ist ein bisschen kritisch ja wir nehmen bravo ein wir verlieren wir verlieren charlie wieso jeder der sich das spiel kann jeder soll sofort sich soweit leveln dass er seinen kran kriegt weil dann kannst du über die ganze mit fliegen das ist tausend mal einfacher als wenn du den ganzen scheiß zu fuß gehen also menschen sind bei avata ist das blogger und jana das ist auch scheiß schwer diesen blöden kran zu bekommen man da ich weiß wie die filme gesehen hast du musst echt so hoch klettern um diesen scheiß die kran zu bekommen mein gott hier sind so viele kevin guck dir das an das ist wie die andere da wo ich da drei stunden dran war ich bin davon nach kiste erschlagen oh das kenne ich ich kurz vor mein teammate hat sich gedacht oh ich kann ja mal möchte so und wurde es von der das war voll gemein aber egal ähm ähm leck mich fett man wie viele sind denn hier bitte oh mein gott also der typ ist nur er dachte auch der krieg also in jedem der mir gerade zuguckt ich werde jetzt wahrscheinlich so um die 100 mal fehlen es tut mir leid aber ihr könnt becker fragen letztens hatte ich auch so ein ding ist und ich glaube also ich habe so fest auf den tisch geschlagen dass meine hand geschwollen war wie viel große hier sind hier muss ich wieder sneaken ich nie aber nicht gerne ich gehe da volle kann rein okay endlich 1 2 3 5 6 große sind sechs groß aber jetzt habe ich ja auch die bader waffen diese selber wie ich selber im shop gekauft da war ein typ okay und ich habe dem zugeguckt was er gemacht hat und da habe ich gesehen dass er irgendwie eine pfeffer hat und ich meinte noch zu bett wo hat er diese scheiß waffen ja ja ich habe ich gesehen er hat die gekauft im shop ich mache sie nicht beim ersten mal kaputt das ist hast du gesehen wie viele hier sind das ist wunschdenken alleine die großen max die machen das sind als ein max zwei max drei vier fünf sechs sieben acht stück neun zehn das morgen wird wahrscheinlich schon eine kerze kaufen meine ist fast alle zwei drei vier vier menschen der bocker fälscher von yankee kinder wieso verhecken wir denken hier gibt's doch gar nicht zehn missionen abgeschlossen ich werde jetzt nicht auf den chat gucken es tut mir leid ja stufe 104 naja ist so weit weg ich glaube wir verlieren ich sneaker ich sehe wohl auffällig alter kämpft nie rum das ist ja unnummern wie die übelst du schlumpen danke für den look matt oh gott ich habe so angst nicht schreien nicht schreien nicht rein es ist gut alles ist gut solange du wild bist das hatte die letzten nicht um hilfe rufen nicht um hilfe rufen bitte alter wat schießt der auf mich du bruder stöp 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 oh mein gott das war nicht gesneakt ich bin nicht gesneakt das war so dumm ok dann gehen wir jetzt in kriegsmodus hier durch mensch 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 menschen werden so getötet die renette habe ich fast oh mein gott ich höre es machen wir noch james bond hier dankeschön zieh 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 erstes gemacht erstes gemacht erstes gemacht inventar ist voll lauf ich stehe zu auffällig wer schießt hier auf mich er hallo hast du eigentlich das event von santa schlitzers gemacht keine ahnung das läuft noch sechs was muss man da machen also du musst du musst einmal in diesem speziellen spielmodus leute mit schneebällen töten sechs stück dann musst du infiziert spielen und 30 leute als infizierter töten 100 kills mit der mit einer waffe mit einem lmg machen heilen es weg ist tot als tot als tot und reiner ist noch 40 kills mit aufgehobener waffe leute das noch einer mensch ist so dumm und wo stört mich an polin heilig das stärker werden jetzt gesagt das ist ja also ich fühle mich richtig richtig sicher 1000 leute die mich angreifen um die 1000 würde ich sagen oh mein gott lag doch nach ich kann mich nicht mehr heilen okay noch einer wo haben wir jetzt bald alle wie viele waren das hat jemand mit gezählt wo hat noch jemand gerade auf mich geschossen alter der bruder will nicht sterben ich werde die menschen werden mich töten wo ist er? 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 ja ich muss mich kurz verstecken habe ich jetzt alles weg gepustet was eigentlich da war oder? oder? noch einer wo noch? wo noch? wo noch? da hinten okay da hinten sind welche kommen wir hier rein? nein kommen wir hier rein ich bin hier durchgerannt wie ein verrückter mann ein aufgeschreckter hamster na wie gesagt leute kauft euch die waffe im shop weil die waffe ist echt krass gut ich glaube ich habe es geschafft naja ich bin nicht sicher danke für den ray dragon danke wie geht's dir? wie geht's euch? was habt ihr gespielt? ich bin gerade ein bisschen in einer ähm kampfszene aber danach gucke ich sofort nach euch ich will das jetzt hier nicht ähm ich will das jetzt hier nicht äh verkacken aber jetzt werde ich sterben nee nee ich habe fast alles gemacht ne ich mach das jetzt so sehr sehr fuchs mäßig haben wir haben wir nein da scheiße sehr gefährlich was ich hier gerade mache ich ich loote er geht gucken wie dann löpft ja okay mach das mach das wie gesagt danke danke für den den raid was soll ich hacken? ich soll irgendwas hacken? ja kriege ich den von hier? hacken ist irgendwie ja aber was für hacken? heu doch auf mich hier abzuballern also was muss ich machen? ich muss irgendwas hacken hecke die antenne an das spitt oh mein gott aber sonst sonst geht's euch gut wahr und kuscheln aus hi die sam ich hab dich überlesen tut mir sehr leid hi komm ich denn da hoch ist die verstärkung schon da gewesen? wie komm ich denn da hoch? ach bestimmt über dieses dingens hier ne? ich muss aber noch höher ne? also da steht ein flugzeug da steht die flugzeug jetzt wird's witzig ich werde nicht sterben jana hat gesagt ich schaff das beim ersten mal hier geht's irgendwo rein hmh bin ich doof warum muss ich denn hier ruhig johnny wie geht es mir ich glaube ich bin echt durch weil ich habe kein plan mich hin muss hauptsache ich habe jeden decken und mit daher war hier war die antenne ja da muss man zur antenne kommen die begrenzige dumme mit sich an diesen leuchten weg wisst ihr wisst ihr warum ich so dumm bin ich suche noch wie so eine bekloppten weg und schaut dass ich einfach am eilig es ist hier noch mehr kommen so meine armei nicht aber ich suche einen bekloppten weg und schaut einfach meinen scheiß vorwärts nehmen alter amai geh mit deinem dicken arsch hier weg das hier ist immer so eine kleine hallo 1 und 1 nello mein gott oh 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 die waffe geht es euch gemütlich bei nello weiß ich das auch schon das gibt es doch gar nicht was soll dieser schmutz ich gehe dieses ja auch nicht mehr arbeiten lohnt sich nicht mehr kim geht auch nicht mehr alles arbeitslose nö nö wenn dann invalide ich bin am stream ich rede mit meinem chat ich habe dich vermisst bei mir ich habe ein bisschen mehr bei meinem heute beschäftigt wo ging doch dann ja das diesmal war entspannter ich muss ja was leiser stellen bringen wir es so was muss ich machen ich habe nur vergessen zu raiden das ist die vierte auf geht's ja die kiste ist noch nicht offen inventar voll inventar voll inventar voll es gibt es doch gar nicht es gibt es doch gar nicht mehr da ich werde morgen noch mal kurz zur arbeit fahren ich habe keine schmeckis mehr für meinen hund das ist ja eigenbedarf ja leider das ist ja Die Nades sind OP, oder? Okay. Komm, Süßer. Da braucht mir überhaupt keiner zu erzählen, dass die nicht OP sind, aber... Die Granaten, definitiv, du bist 10 Kilometer daneben und stehst selber. Ja? Hm. Das meine ich damit. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ohne Bombe-Weste hast du keine Chance, die zu überleben. Oh je! Nee. Ist mir auch aufgefallen. Und obwohl ich diese Scheiße hab... Oh, bin ich herbeigeflogen? Oh nein. Mein Schatzding ist ja übelst unpräzis. Okay. Komm, wir spielen ein bisschen. Du zuerst. Du nervst mich. Jetzt gibt's einfach nur Lacher. Also, wirklich Lacher. Also, wirklich Lacher. Jetzt lauf dir weg. Oh. Oh. Mann, komm. Nicht auf Amai schießen. Immer auf die Sprache. Oh, auf meinen Ekran, Mann. Nicht auf Amai schießen. Nicht auf Amai schießen. Alter, ich pfeif dich weg. Ich glaub, sie ist im Wasser gelandet. Sind alle tot? Ja, okay. Alles richtig... Ja, so ist es. Hör mal auf. Was, krass den Weiß? Was, was? man ist hier im wasser siehst du hinten weiter und es ist hier weiter geflogen wenn jetzt noch einer stirbt ich weiß ja ich habe das nicht mehr es sind ständig krane die sterben nicht mein eigener die späne oder sie stirbt sie stirbt ja ja ich bin du fängst dann wieder von Leute so so ein Endlusspiel dazu weichern was ich lasse jetzt hier ein für tot liegen sprich mit katlet im heimatbaum 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 ich hab das doch eingenommen ist meins sind fischer schiefe wie lange macht ihr heute keine ahnung keiner ist verpflichtet arbeiten zu gehen was ist denn bitte schön ich würde ein stündchen dbd tocken und dann wieder rüberkommen hast du die quest jetzt gesehen ja ja ich hab die gestern alle gemacht es ist schon lustig die visitenkarte als gestrickter pullover da kaufe ich mir lieber einen aus dem shop hier keine ahnung nehmen wir haben es kostet ja auch nur 2400 schleifen was ja noch genug ist doch nix man ist doch geschenken ja ja oder hier der klaus operator bandel 2400 hatten ich habe mir die oder in einer zombie noch viel besser 2800 hat das ist ein weihnachtsgeld und gut ist dreizehnter monat dreizehnter monat prämier jolo hier dark rituals oder so kostet auch nur 3000 schleifen die kim hat einfach mal fast 80 euro ausgegeben in fordner vier lieder darüber reden wir nicht ich weiß auch nicht also ich würde also ich würde da kein geld machen ich habe ja auch hier geld reingesteckt ja du hast ja auch bei cod geld reingesteckt ich stecke überall geld rein ich stecke überall geld rein ich bin geld reingesteckt genau auch unbedingt diesen skin weil ich spiel dann mit einmal ja einmal ist kein mal das ist ja ich brauche unbedingt dieses bundle wir sind gegen mal Leute die industrie weiß wie viel Geld ausgibt das ist wie die schokolade vor der kasse das ist ganz normal sie mit Beppo Beppo schenkt mir einen Gutschein ich gehe da hin ich könnte mir ja ein billiges Parfüm ne ich fetz einfach 100 euro drauf also ich dachte ich habe logisch überlegt das Parfüm hat 140 euro gekostet Beppo hat mir einen Gutschein von 40 euro gemacht und das kleine Parfüm hätte 100 euro gekostet also habe ich zu Kevin gesagt dann kaufe ich das große Parfüm weil Beppo hat ja die 40 bezahlt und da muss ich nur 100 bezahlen ja und dann hat die Tante mir gesagt wenn ich mir eine Karte mache kriege ich noch mehr Prozent ja 50 Prozent also habe ich gesagt machen wir Karte genau also habe ich das Parfüm genommen und noch so ein kleines ähm weißt du wie Parfüm was du mitnehmen kannst was du immer wieder auffüllen kannst ach sowas auch ja und das habe ich dann auch noch mitgenommen und und guck hier ist das Parfüm das ist von Chanel ne das ist schon extra ein Parfüm von Coco Coco Mademoiselle Kevin und ich haben dann so viele Parfüms gerochen er meint so ich riech nix mehr ich müsste zwischendurch an Kaffeebohnen rießen ja ja ich habe den Kopfschmerzen aber ich wusste nicht dass das dann Abteilung gelaufen alter ich dachte äh ich fall um alter ja das ist es gibt auch verschiedene Leute die riechen so stark nach Parfüm also nee 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 wir waren in so einem Einkaufsladen für Parfüm und es hat so dermaß nach allen gestunken hier dieses teure Zeug das andere Zeug günstiges Zeug und boah ich habe so einen Kopfschmerzen gehabt ich so boah ich geh da nicht mehr es wird schon nochmal ruhig ich komme später nochmal rein so okay bis dann so später tschüss 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 oh wo muss ich hin in den in den Heimatbaum mansch was kann die hier das ist ja übel schlimm die Hände die Waffe doch immer so geil oder die nicht steht nicht ich fühle zu eben gerade ging die so gut ab bin ich richtig in der Tatsache dass die Katze gerade hinter mir steht ja Sarah May hast du die liebe Katze Sarah May wir sind gescheitert hast du ne Katze? ja ich hab ne große Katze ah ok die ist größer als die Hunde ja ich hab ne Maine Coon die kannte die Katze oh ja die könnte die Hunde fressen sie auch Kabel? Sarah May du frisst sie auch Kabel und so? nein sie macht gar nix sie macht echt wunderbar also also von meiner Späste die Katze die frisst Kabel nö also sie hat noch nie was nie was hat sie noch was kaputt gemacht? hat sie noch was kaputt gemacht? hat sie noch was kaputt gemacht? also wie lange haben wir sie jetzt? drei jahre vier jahre die Tare hat noch nie was gemacht ist auch eine sehr liebe Katze sie macht auch sie macht auch keine keine Katze Kotz Dinger weißt du? äh Pell ja sie macht nur so sie macht nur so und dann ist aber da kommt nix raus kommt nix raus nö nö ne nö ne von meiner Schwester die frisst immer alle Kabel an die hatte jetzt das Bett also das Bett ist so kannst du so hoch und oder überall hinfahren und so ne und das hat sie gefressen ne so nö 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 eine scheiß Katze alter sie glaubt sie wär ein Mörder schlimmer äh und dann hab ich so gesagt ja dann und was passiert jetzt mit der Katze? kommt hier jetzt ins Heim oder was? ne ne äh die bleibt so ich so ne was geht mit dir ey weißt du wie teuer so das Bett ist? etwa und Kabelmanagement das wird schwierig das Kabel dann neuer reinzusetzen ne ja aber die arme Katze ist da will ich ja äh äh ja eigen ne ich hätte ich schon irgendwie das komplett verpfügelt nein das ist die dumme Katze das sind die Kraft das das nicht geht oder ich hätte die rausgeschmissen tun meine Katze kann ich nicht weh tun ne ich kann der Katze eigentlich auch nicht weh tun weil die so süß ist ne ne gesundheit ne ne ach hab ich sie hat schnupfen hunde treten komisch kann sein kann sein dass die Katze ins Mikro niest tut mir leid ja ja äh deine Katze macht ja nichts sie sitzt hier sie sitzt hier und guckt so also sie sitzt bei mir auf dem Schoß und die ist total interessiert oder ja nicht wahr ne ich glaub die will ja fisch sie mag nicht so Fisch sie mag Hühnchen Hühnchen mit Reis ja Hühnchen mit Reis hey hey die legt sich jetzt einfach hier hin ja sie hat sie hat halt eine dicke Ohrenentzündung ah noch immer ja sie kratzt halt viel daran obwohl sie nicht so du hast das Mikro gerade weggedrückt mit deinem Po oder sie reibt sich mit äh am Tisch äh um sich am Ohr zu kratzen ne ich fasse ja gar nicht an meine Hände sind in der Luft die Katze die ist auch also meine Katze ist ja ähm krank ne sie hat von vier möglichen Krankheiten hat sie drei Stück und das ist äh nicht schlimm es ist es ist heftig aber solange es ihr gut geht lasse ich sie nicht einschläfern macht glaub ich keiner äh der eine Katze hat oder Mund oder wie auch immer es ist halt ja kommt auch irgendwann ganz drauf an was das für eine Krankheit ist ne oh mein Gott Beppo weißt du was ich gerade freigeschaltet habe was Beppo Beppo den Kopf schmutz ja ja uuuh 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 u να czy uuuh 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 uuh sie ist froh für dich okay wir haben das 1a freigeschaltet aber dann hatte der typ du kriegst dann war das echt so dass du das halter freischalten muss aber es gibt noch so viel von der map ich kann mir nicht vorstellen dass das spiel vorbei ist nächste mission ende das ist mir passiert bei disney dream night valley da gibt es auch tonnen die jetzt hieß noch das video noch nicht alle durch da habe ich auch ich glaube das war für ostern ich habe ultra krass viel gespielt ja und dann plötzlich für das spiel zu ende und ich war so was ist denn jetzt passiert ich glaube ich nehme das wo geht denn hier ist denn schaden wird uns schon ganz gut kannst du so viel pfeile und kugeln wie gewöhnlich bei dir tragen finde ich noch besser aber wenn die lauter schnur ist dann hören die leute die stellung wird verlegt die stellung wird verlegt bei reinhalten hauptschmer aber kannst du mal ganz laut machen nein bleib liegen bleib liegen ich hab die 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 Nee ist daneben geschossen, ganz stark größer. Will ich irgendwas jetzt was anderes machen? Boah, 50, Mann. Erweiter das Magazin. Fünf, das könnte ich nehmen. Dann wäre ich fast auf neun. Sarah, könntest du bitte ein bisschen leiser schön machen? Ja, ja, küssen wir die rein. Cool. Was kommt der denn da im Container? Was stimmt denn mit dem nicht? Oh, diese Katze. Ja, hör auf. Sie geht mir schon furchtbar auf die Nerven. Was macht Kevin? Ja, er provoziert die Katze. Sie hat sich gerade hingelegt und er provoziert sie jetzt. Kevin. Er kann halt kein Tier in Ruhe lassen. Tüppich, Mann. Immer die Tiere. Ja, immer. Tüppich, Mann. Ah, ich muss mein Bein heben, Tarawain. Dankeschön. Ohlala! Ich muss ja mal ein Auge. Mission gescheitert. Zurück zur Base. Zurück zur Base. Kätzchen, liebes Kätzchen, du bist sehr schwer. Das meist du nur. Höhlenprärie. Oh mein Gott, weißt du, was jetzt kommt? Jetzt darf ich aus diesen Dingern reiten. Auf dem Pferdchen. Auf dem Pferdchen. Okay, nee, Tara findet das nicht lustig. Sie will nicht auf dem Pferdchen reiten. Och du, meine Frist, das ist ultra weit weg. Ich muss eine Schnellreise machen, weil das wird gar nichts. Ja, dann kriege ich hier den Arsch versohlt, oder wie? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Da ist auch noch eins. Da sind noch zwei Dinge. Hier ist noch ein Plan. Hier ist eine Erinnerungsmahl. Ja, Entschuldigung, Tara. Wir sind verschmutzt durch die Anlage. Ich glaube, ich mache eine Schnellreise. Wartet, Leute, ich trage die Katze nur kurz raus. Ja. Tschüss! 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 So... Ja, mein... Hey. Ah, mein... Oh nein. Warte, ich bin gleich wieder da, Leute. Jo. Ja, come on. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich bin gleich wieder da. 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 Der Finisher am Ende. Wie geil. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Back again, bittschüss. So. Und ich kann jetzt ein bisschen mein Bildschirm drehen und wenn ich mich auch wieder anders hinsetzen. Ich bin hier bei so vielen Leuten, bin ein bisschen überfordert. Und ich bin hier bei so vielen Leuten, 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 die ich gerade für einen Volk bin. Gras. 78 ich hab dein offen ich habe netz offen ich habe winnie offen luxemburger zum wachsam nicht die gaming weiß noch vermisst die gaming ist wir haben mal im august oder so haben wir mal gegen gegen so eine gruppe gespielt und da war sie drin wir haben gegen sie gespielt und ich glaube sie hat doofen kommentare bekommen von den typen und ich meinte sogar lasse ich nicht von denen fertig machen meister und da ist sie mir gefolgt und ich bin ihr gefolgt und jedes mal wenn ich streame ist sie blöd und wenn sie stimmt bin ich immer bei ihr stützung ist voll süß sie schreibt mir dann auch immer so ja süße ich bin in einem stream nur damit du bescheid weißt du bist du ich finde es ist die haus da raus mit dem fischer so was muss man manchmal ist man sich halt sympathisch man kann sich halt unterhalten manchmal auch nicht manchmal halt auch nicht ja das gibt leute zum beispiel mich hier habe ich durch cyber kennengelernt und das sind jemand mein stream läuft drei sekunden er ist drin er ist sofort ich finde das super man muss nicht immer schreiben weißt du wenn ich weiß dass ich sehe ob ihr da sein und das reicht mir eigentlich der nehmann so hallo ist bei mir fasziniert im stream du bist bei mir fasziniert im stream unterstütze ich muss ich wieder zugucken Also, ich habe Madbett. Warte, Madbett schreibe ich auch noch kurz. Ich finde, ich liebe Madbett einfach nur. Er ist so ein cooler Mensch. Ich muss echt bei meinen Clips mal... Die Leute machen so viel Clips von Scheiße. Mich fragt halt auch jeder nach Salva. Wo er ist, was er macht, wenn er wiederkommt. Ähm, ich nicht wissen. Er ist auch nicht mal oft da, oder? Er ist nicht mehr oft da. Ja, den geht es auch nicht so irgendwie, hast du doch gesagt. Hm... So... Also, ich kann meinen Ekran nicht benutzen. Was ist denn das für ein Schmutz? Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen, ohne in den Tod zu springen? Ruf sie trotzdem. Bis irgendwo kann ich sie ja bestimmt noch nehmen. Nicht wahr, Amai? Komm, wir versuchen es mal. Rüchte es an, das müssen wir auch noch zerstören. Das müssen wir auch noch zerstören. Ich muss noch so viel zerstören! Zerstören! Alles muss zerstört werden! Kaputt! Ich frage mich halt, soll ich das jetzt zerstören? Ja! Und dann die Quest? Ja, ne? Weil sonst, ja... Brennt den Wald nieder! Ich brenne keinen Weiß nieder! Es geht ja gerade um den Wald nieder zu brennen! Ah ne, hier darf sie nichts trinken! Stimmt! Ja, aber wenn du den Wald abbrennst, dann hast du lauter Phönix am Himmel! Die Ekran brennen alle! Bruder! Und du weißt, ein Phönix stirbt nicht, der kommt wieder aus seiner Arsch raus! Der Phönix aus der Arsch, oder? Ja, das lernt man bei Harry Potter! Lul! Darum haben früher sehr viele Leute ihre Valencia-Tische angefangen! Abgefackelt! Ja! Was ist denn hier drin? Ich hab Vollfall gesehen! Der ist schon alt, ich brenne ihn ab, dann kommt er als junges Kirchen wieder zurück! Alter, wo ist er denn? Das hab ich ja noch nie gesehen! Lul! Was, ein Untermensch, oder? Ich weiß nicht! Kann mal da stehen! Dankeschön! Das ist ja crazy! Das ist ja irgendwie hier! Äh, wir sagen tschüss, muss morgen für was sein! Danke, dass ihr da wart! Danke, danke, danke! Mann, das seid ihr wie Untermensch! Also, wie schnell hat der Reflexe da gehabt? Alter! Die sind ja crazy geworfen! Ja, die, bei mir auch! Oh, irgendwie, die haben übere Reflexe! Die wissen, dass ich um die Ecke komme! Ja, ja! Ja, wie bei mir! Oh, halbes Leben verloren! Ich hab grad mein halbes Leben einfach verloren! Weil ich dachte, hier wäre eine Höhle und hier ist überhaupt nichts! Wie bei mir! Das ist keine Höhle, oder? Na! Wir haben uns die Führung gesichert! Hm? Diese Dinger zu finden ist so beschissen schwer! Wir haben die Führung übernommen! Ich geh mir so auf die Nerven! Bis dann bin ich auch so zwei Stunden um eine herumgewackelt! Hm? Weil ich hier sechstausend Kilometer in den Tod rein! Ey, warum musst du doch fucking Dreckspflanzen lassen? Was ist denn hier los? Was ist denn mit Carsten los? Weiß es auch nicht! Wer ist Carsten? Wer ist Carsten? Kennst du das Meme nicht? Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Nee! Echt? Ich bin alt! Viel zu alt! Ist das denn mit Carsten? Carsten? Ja, ne? Das ist so ein richtig, richtig doofes Meme! Also... Ein deutsches Meme! Oh, ey! Jo... Was ist denn das denn wie ein Gumbi? Ach so, ja, den kenn ich! Ah, den kennst du noch? Ja, den kenn ich! Ja, den hab ich mir schon öfters reingezogen! Was ist denn das für ein Gumbi? Ja, genau, öh! Ich hab nen Porsche, öh! Ich hab nen Porsche, öh! Ich rück da schon drauf! Ich hab mich so tot gelacht, Alter! Ne, der, der Kombi, der sah schon ganz gut aus! Ja, ist schön! Der gefällt! Hm... Ich bin doch schon Gumbi! So, und ich bin immer noch nicht diese blöde Verschwiss, nur... Meine Nase juckt, Leute, das kommt meiner Katze! So... Äh... Manchmal, manchmal check ich echt nicht, ähm... was hier so abgeht. Ah, Mann! Jetzt bin ich ja noch voll da reingerascht! Na, die Kram ist sauer! Ja! 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 Stufe 109! Alter, ey, dieser Untermensch saß schon wieder und... Ach, Mann, ey! Hm! Was, ey! Und... Ne... oder... Mal los! Ich schaue noch das... und dann kann ich mit den geschmiedeten Taunungen hier anfangen. Ich bin doch trau... Au... Also, manchmal bin ich einfach zu dumm für diese Welt, glaube ich. Ach, Quatsch! Heilungsbeutel ist voll... Ja, ist wieder irgendwo da drin! Eins gegen drei mit nem Sniper! Yeah! Oh nein, das kann... Wuuu! Mein Gott, Kimmerly! Das wird so wehtun! Ich bin so dumm... Ich bin so dumm... Ich bin so dumm einfach nur... Mist! Ich hab wohl in den Gegner reingelaufen! Okay, Mann! Ja! Die liegen auch einfach nur rum, ne? Ja! Bei Hardcore eh... Mittlerweile... Es ist abhängig vom Spielmodi, also... Team Deathmatch kannst du gar nicht in Hardcore spielen, da kann man im Team wirklich nur rum... Ey, das kannst du auch in den Core nicht spielen! Früher war das mein Lieblingsmodus, ne? Ja... Aber das ist wirklich nur noch Gammelmodus! Ja... Da! Dä-de-de! Au! Oiski poiski! Habt ihr das früher auch geguckt? Was? Wie hieß das? War das nicht die zwei, die auf diesem Buch geritten sind? Nein, das sind die Brüder Grimm, Simslabim oder wie ist das? Ne, oiski poiski, ich glaub, das war... Das war aber von Kika oder nicht? Ja... War das nicht die Insel voller Tiere? Oiski poiski... Gut, da ist die Treppe mit dem... Nee, nee, nee... Geht's euch gut? Und dann hatte die so ne dämliche Fresse! Gibt's nen Kugelbusch? Kugelbusch... Oh man, ich bin mal im Wasser, warum gibt's hier keinen Schilf? Ich hab noch dem Gegner sein Laser gesehen und die Schlaufe aber dahin, ich bin zu dem nicht... Fahre nach Kugels... Gibt's hier keinen Schilf? Nein, gibt's keinen Schilf... Och jo... Oh mein Gott, hier ist ja ein Camp... Nein, ich wollt mich bücken... Och nee, ne? Ja, Beppo bück dich... Och man... Ja, ich hab einen Jogger nur in der Kiste geklaut... Aber du musst dich bücken, Beppo... Hm... 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 Ich bin Saran... Du... Ich bin Saran... Ich bin Saran... Ich bin Saran... Ich bin Saran... Du... Ich bin Saran... mein gottes will die mir wieder eine quest geben ich fühle das wir verlieren gegen so was ist das schon gemacht sitzen mit fünf mann in der jahre ist das normal bedenken wie viele kinder das spiel jetzt bekommen haben ja aber die sind ja nicht level 200.4 um mit einer immer unterschätzt mit den doppelten punkten kriegst du pro matches ein level mindestens mindestens deswegen werden so schnell level und die doppelte punkte glaube ich gehen bis ende des jahres also die geschaffen ist ohne problem jetzt klar ja ich spiel jetzt gerade in so einem clan der heißt das ist doch immer wuchs gelaufen ne erinnerst du dich noch um die schwule sendung von jero um zum mrtl coco und co das war so ein luxemburger wir hatten mal auf unserem luxemburgischen center so eine sendung über tiere und das war so ein luxemburger wir hatten mal auf unserem luxemburgischen center so eine sendung über tier und das ist jetzt nicht homophob gedacht aber das war so ein homosexuelle aber von der ganz schlimmen sorte sagt mir jetzt nichts und der typ der war übel sonnenstrengend weil ich habe danach später als ich in der presse gearbeitet habe war der mit mir im büro in der redaktion ja aber ich habe auch generell nicht viel mit wüchsen wo mich im radio fernsehen und so zu tun so gut es nicht okay bis dann schlaf gut und tata ich gebe mir das heute nicht mehr da nicht für ein jahr spielst du wieder nächstes jahr ne morgen morgen so sicher ne aber heute heute abend das ist ja extrem was die da spielen das sind kinder nur noch mal gucken ob ich heute mal kriege du musst dann so geschleppen joo das stimmt da kann zwar gut sein ja mein guckle hat auch schon gesagt kann sein dass ich die auf also mich hat das ja nicht so getroffen weil wie gesagt ich gehe auf dem berg glücklicher ja der einzige der auf dem berg ne 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 kommt der tsunami bei dir nach aus ja ne also ja ich denke mal das wird noch ein bisschen heftiger weil die sprengen ja jetzt zurzeit ein paar Dämme damit das wasser abläuft damit das wasser ablaufen kann ich weiß zwar nicht was das bringen soll aber ne naja ruft naja ruft Bill Cowlitz er muss durch den Monzoom ja 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 der war brutal oh jayki glaubw ja ich fand das auch nicht so richtig ähm, wo hier, äh, Katrina da durchgefegt ist und alle durch den Monsum besungen haben, Alter, das war schon echt crazy, Alter Ja Das ist so ein Bepo Es ist zwar so richtig bogenlos Naja, das ist wie wenn du bei einem Tsunami-Fall von Silbermon die perfekte Welle, Sings Oh ja, das meinte ich auch Also bei, äh, bei, in China haben sie das gesungen und, äh Ich hab dir auch noch darüber lacht Das war super Und, 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 äh Ja Das war super Die perfekte Welle, das ist der perfekte Tiger Gott! Ach he, ihr beiden! Da lacht er jetzt, da lacht er jetzt! Ja! Schwarzer Humor! Ja, das passt! Was, als schwarz geht nicht! Ei, ei, ei... Die perfekte Welt, oder? War der falsche Moment für das Lied. Oh, ne. Ja. Die können ja nix für das Lied, die haben das auch nur einfach so geschrieben, also... Durch den Monsum. Wenn, schreib deinem Kollegen das, sagst du, ich hab ein gutes Lied für dich gefunden. Ey, die perfekte Welt. Ja, ne. Mein Patenkind geht's ja dann auch nicht so gut, ne? Das ist auch nicht so... Du musst durch den Monsum. Ne. Wie sagt man, so schön im Leben hat man Höhlen mit Tiefen. Wo ich am zweiten Weihnachtstag da hingefahren bin, da musste ich erstmal noch eine Waschmaschine schleppen. Ich so, Alter, was ist los bei dir? Verratisch. Jetzt kannst du eine neue da hinbringen. Wie? Nö. Nö, nö. Nö, nö. Also, äh, bei ihm selber, äh, das geht noch. Das ist noch aushaltbar, ne? Aber, ähm, stellenweise ist das ganz schön heftig, ey. Also, was die für Videos schon geschickt haben, ist schon krass. Was in umliegenden Dörfern und so alles passiert. Aber gut, du hast in vielen Teilen in Deutschland die jährlich solche heftige Überspemmungen. Ja, aber nicht so extrem wie jetzt, also nicht so ein großer Teil. Also meistens sind das nur, äh, manche Dörfer. Aber, äh, weil wir, äh, also unsere Dörfer sind ziemlich weit nebeneinander. Und, äh, es sind drei Flüsse und nicht nur ein Fluss. Äh, das ist ja das Problem. Und das fließt alles in die Weser. Also, ich denke mal, äh, das geht bald los hier, dass Bremen auch überflutet wird. Meine Fresse. Wir haben gar nichts. Ja. Dann geht's dann los, dann geht's dann bald vielleicht los, dass, äh, für, ja, Hamburg, oder geht, und so, Alter, das geht ja richtig ab. Ja, aber dann ist richtig Krise, dann heulen nämlich die Räuschen rum. Äh, ja, die heulen eh schon, also. Dieses Jahr wurde auch nicht so viel gekauft, haben sie, haben sie bemängelt, die Kaufhäuser. Ja gut, das ist überall durch die Inflation, also in Luxemburg musstet ihr vorstellen, dass die Immobilien zwischen 300 bis maximal 800.000 reduziert, äh, verkauft wurde. Naja, ja, hier, ähm, äh, bei uns die Immobilien, die sind ja, in den Himmel geschossen, ey. Wenn du, wenn du jetzt normales Land haben willst, Alter, bezahlst du schon knapp wie früher für ein ganzes Haus, plus das Grundstück, ne? Also, das ist schon heftig. Das Problem ist bei uns mit dem, äh, äh, Zins und der Zinssatz. Achso, und was habt ihr für einen Zinssatz ungefähr? Äh, mittlerweile bei 5,1. Oh, ja, alles da, gut. Da sind wir noch ein bisschen, ein bisschen hin. Und das ist halt das Problem, da musst du dir vorstellen, äh, sehr viele Häuser mussten zwangsverkauft werden. Ja, ja, zwangsverkauft werden. Ja, weil das Problem war halt, äh, die Luxemburger zahlen immer gerne, äh, hoch am Limit. Das bedeutet, dann zahlt der, äh, der Haushalt aufs Kredit so um 1.500, 1.800, äh, auf den Kredit zurück. Da kann, äh, das war aber dann ein Kredit von, äh, ähm, Zinssatz von 2,1 bis 2,5. Ja. Und dann ist der jetzt auf einmal das Doppelte. Mhm. Da kannst du dir vorstellen. Dann hast du auf einmal, ja, Kollege, wir wollen jetzt von dir jeden Monat 3.600. Ja. Und du sagst... Ja, aber gut, äh, da kannst du aber auch noch ein bisschen was deichseln, dass du das mehrere Jahre verteilen kannst, ne, oder? Das ist bei euch nicht drauf. Die einzige Möglichkeit, die du hättest, aber das ist dann nur auf das Kapital, falls du schon zurückgezahlt hast, die meisten waren noch mal, nicht mal bei 10 Jahren, äh, hättest du eine Hypothek setzen können, aber, äh, das konnten auch nur die Macher, die mindestens schon über 10 Jahre in den Kredit reingezahlt hatten. Okay, okay, okay. Also... Alle neuen, äh... Umschuldung oder sonstiges. Gut. Richtig. Ja, das ist, das ist die, äh, äh, scheiße. Absolut. Wo richtig scheiße war für die Leute, die... In Deutschland hast du das ja umschulden lassen. Fuck. Genau, und das war auch bei vielen auch das Problem. Die haben dann zum Beispiel eine neue Immobilie gekauft, äh, und hatten noch eine alte. Und dann hatten sie aber schon die Erlaubnis, die neue Immobilie zu kaufen, äh, im Vertrag stand dann, muss aber die andere Immobilie zu einem bestimmten Preis verkauft werden. Da kam der ganze Immobiliencrash mit den Preisen, wo keiner sich mehr was leisten konnte, und die stehen jetzt da, die müssen das irgendwie verkauft bekommen zu dem Preis. Also, ähm, von, von meinem Oppo das Schaub zum Beispiel, äh, das hat einen Wert von, also früher war das einen Wert von 100, 164.000 ungefähr, ne? Und jetzt ist das mal das, äh, fünffache Wert, ne, gewesen, gewesen, wir haben es verkauft. Aber, äh, mal eben kurz, ne? Ja. Also, der Immobilienpreis ist echt explodiert, alter, das ist fünffache. Und manche Immobilienpreis, die können sich das halt gar nicht mehr leisten, also, es stehen so viele Bauten, ähm, nur der Rohbau, weil sich keiner mehr das Baumaterial leisten kann, oder, beziehungsweise, äh, der Abtrag bezahlen können, ne? Ich hab das Problem nicht. Mein Haus ist abbezahlt. Aber ich lebe in der Wohnung. Du musst, äh, ja, vieles hat sich auch geändert. Wenn man, äh, wenn ich bedenke, wenn ich umrechne, was meine Eltern für ihr Haus, also mein Elternhaus gezahlt habe. Ja. Umgerechnet, also, das waren, äh, über 2,5 Millionen Luxemburger Franken. Das sind umgerechnet so, äh, um die, äh, 150.000, äh, Euro. Ja. Jetzt wird es geschätzt noch, äh, mit den Absenkungen, die momentan sind, äh, um die 900.000 noch immer. Mhm. Meine Eltern haben ein Haus gekauft hier für 450, glaub ich. Und mittlerweile hat das Haus einen Wert von 1,4 Millionen. Ja. Äh, Euro, oder, äh? Euro. Euro. Was? Ja, 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 ja. Null. Gleich verkaufen. Meine Wohnung auch. Meine Wohnung wurde damals gekauft, äh, für 350, wir haben sie gekauft für 580, aber mittlerweile hat sie einen Wert für 900.000. Okay. Ja, die, äh, Immobilienpreise explodierten, ne, also, äh, ja. Man sieht das auch bei den Mieten, ne? Ich denke, der Staat macht das auch absichtlich, dass er, äh, den Zinssatz zu hoch lässt. Weil das Problem ist ja allgemein auch, äh, hier in Luxemburg, dass sich keiner mehr Immobilien leisten kann. Ja. Und das andere Problem ist, der größte Teil der Immobilien gehört, äh, den Emiraten. Ja. Und das heißt, du willst diesen Investoren ja nicht verärgern, sonst verlierst du sie jemanden. Ich scheint, komm, ich habe näher. Ja. Und dementsprechend müssen sie es anders handhaben, ohne jetzt eine, äh, Sanktion auf die zu setzen, äh, machen die einfach einen, äh, höheren Zinssatz. Und die machen höchstwahrscheinlich, das ist noch nicht, weil, äh, unsere Politiker sagten, die machen eine neue Reform, für das es möglich ist, besser eine Wohnung zu finanzieren. Mhm. Wenn du, äh, weil jetzt momentan so viele Immobilien leer stehen, machst du einfach eine Steuer für leerstehrende Wohnungen. Was ist der, ähm, Besitzer gezwungen, damit er kein Geld verdient, äh, verliert, muss er die Preise senken. Das heißt, du zwingst und indirekt die Leute die Preise runterzusetzen. Ja. Also, äh, knapp enteignen. Genau. Kann man so sagen. Ja, das ist eine Riesensauerei, also, sag ich mal so. Ja, gut. Diese Sauerei für die Leute, die ein Haus haben, die müssen es vermieten, also, ne? Genau. Aber nicht den Preis, den sie haben wollen, damit sie das abtragen können. Das ist ja das Problem. Ähm, der Abtrag, weil die meisten Leute kaufen ja nicht direkt, äh, oh ja, hier, zack, ähm, einmal hin und bezahlt, ne? Das können die mal wenigsten. Ähm, und dieser Abtrag, das ist ja das Entscheidende. Das machst du ja mit den Mieten eigentlich, äh, durchgehend. Bloß, wenn du nicht den bestimmten, äh, ähm, soll kriegst, was du an Miete brauchst, dann ist das so ein Problem, dass es einfach nicht bezahlt werden kann. Gut, aber das ist leider Gottes das System, äh, bei einer Inflation. Bei der Inflation gibt es Gewinner und Verlierer. Ja. Die Gewinner sind die, wo keine Besitztümer haben, die Verlierer sind die, wo, äh, Immobilien zum Schiss haben. Ja. Ja. Ja, ich finde es einfach nur eine Freche. Die anderen Verlierer, wo ich trauriger finde, abgesehen von denen, wo zehn Immobilien haben, sind die, wo haben sich vor, äh, einem oder vor zwei Jahren was gekauft. Ja. Weil die haben richtig verloren. Eine Freundin von mir, die hat für 670, äh, sich eine Wohnung gekauft. Ja. Die ist mitten im Keller von einem, äh, Mehrfamilienhaus. Ja. Ähm. Vergiss es, die kriegt nie wieder dieses Geld. Die wird dieses Geld nie wieder sehen. Die, wenn die das verkauft, die verkauft es mit ganz hohem Verlust, wenn nicht 50%. Ja, ja. Aber das ist halt, äh, Immobilien sind halt auch, äh. Sehr spekulativ halt. Ja. Hab ich schon. Ja. Und weil, wo du jetzt am meisten Geld mit machst, sind, äh, Kryptowährungen, ne? Natürlich. Ja, die gehen jetzt schon wieder hoch, ne? Ja. Das ist ganz normal. Es ist immer, es gibt einen ganz klaren Verlauf bei den Sachen. Ja. Ich handle ja seit ich 16 bin damit. Ja. Und, äh, es ist, äh, immer so, dass, äh, der Bärenmarkt, äh, das ist der Aufschwungmarkt, äh, der liegt immer zwischen September und, äh, Oktober. Ja. Und, äh, da machst du am meisten Profit, äh, der Down fängt am März an und geht meistens bis in den August rein. Das heißt, in puncto August sollte man eigentlich in dem Dreh einkaufen. Ja. Natürlich, äh, ist das immer etwas variiert gegenüber vom, äh, was auf der Welt passiert, weil jede Coin hat natürlich ein Paperwhite, nennt man das. Äh, das ist die genaue Beschreibung, was dieser Coin in der Welt, äh, macht. Ja, ja, äh, aber schon heftig. Also, ähm, vor halben Jahr oder so war die nur noch auf 38.000 und jetzt ist das schon wieder auf 68.000 oder mehr, äh, jetzt schon, ähm, hochgegangen, ne? Das ist schon krass, ein Bitcoin, ne? Also. Naja, also ich habe auch angefangen mit einem, äh, Ethereum. Mittlerweile bin ich bei 38 Ethereum. Und was bedeutet das? Mh, der Ethereum liegt momentan. Wollen wir mal gucken. Was ist das? Äh, der aktuelle Marktwert vom Ethereum. Was ist das? Liegt jetzt bei... Äh, ne, wieso verschwindet mir das in Bitcoin aus? Ja. Ja. Kannst du auch, dann hat man ja ungefähr den Wert. Momentan ist der Ethereum bei, äh, 2300 Dollar. Ja. Ähm, und ich habe von, äh, ein Ethereum, ich habe jetzt 38. Oh, ganz falsch. Also, ich bin, äh, in dem Fall ja quasi bei um die 70.000 Dollar. Und, ähm, die Sache ist, ich weiß immer, wann genau ich es verkaufe. Natürlich ist es immer so eine Mittelsache, wo ich verkaufe, weil ich hätte keinen mehr verdienen oder, äh, noch billiger einkaufen. Aber das ist mir egal, weil egal wie gewinne ich auf dem Scheiß. Ja. Und, äh, ich bin da auch nicht nachtragend in den Sachen. Nö, darf man ja auch nicht. Also, genauso wie Aktien, die können hoch gehen oder auch tief gehen, ne? Genau. Nur, dass es... Nicht am tiefsten Wert soll man sie verkaufen, sondern am höchsten Wert, ne? Bei Aktien ist es noch was anderes. Äh, du hast eben, äh, ETF-Aktien, äh, die, äh, mit denen handelst du so in Perioden. Und dann hast du die, äh, Anlagen-Aktien, die behältst du über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Ja, ja, genau. Über, äh, da habe ich ja auch deutsche Aktien, äh, äh, über, ähm, äh, Pharmaindustrie für, äh, den CBD. Ja. Die Teile haben sich innerhalb, die hatte ich damals gekauft mit 21, die habe ich jetzt noch immer. Und die haben einen Aufschwung von 1600 Prozent gemacht. Weil ich einfach schon damals, äh, wusste, CBD wird eines Tages richtig Geld bringen, weil es legalisiert werden will. Ja. Ich war mir damals schon sicher, dass, äh, weil schon vor zehn Jahren sprach man schon über die Legalisierung von Gras. Und, äh, ja, aber... Aber noch sehr dunkel. Und jetzt, nee, die sind jetzt wieder weggegangen davon, ne? Ähm, es ist halt so, dass, ähm, in Europa ist, äh, ein Problem, äh, die arbeiten nicht gerne zusammen, aber das sind irgendwie so Trendmaker. Wenn ein Land einen Trend reinsetzt, dann wollen andere nachziehen. Also bei uns ist es ja auch schon mittlerweile legalisiert, dass, äh, sowohl das CBD als auch das THC, äh, und in der Schweiz schon sehr lange. Ich habe ja auch... Als CBD darfst du hier auch schon, äh, mittlerweile... Wuff, wuff. Äh, ist erhältlich. An jeder Tankstelle. Bei uns kriegt man das THC sogar auf der Tankstelle. Nee, THC nicht, aber, äh, äh, das andere. Ja. Und, äh, ich habe eher mehr an das, ähm, an die Pharmaindustrie gedacht, dass die es mehr nutzen. Und dafür hatte ich schon damals investiert in die, äh, Aktien, weil ich wusste, dass da was passieren würde. Ja, genau. Und... Also bist du ja auch wieder ein Gewinner gewesen, also. Ja, und ich habe ja auch, äh, ein paar Pflanzen in der Schweiz. Ah, na. Weil du kannst über solche, ähm, äh, Organisationen wie CannaGirl, äh, das ist, äh, eine Organisation, die verkauft Stellplätze bei ihnen. Die, das ist, du kannst dir das so vorstellen, ein riesen Gewächshaus. Ja, ja. Und du kaufst dir einfach einen Stellplatz oder mehrere Stellplätze für deine Pflanzen. Du kaufst den, der, äh, hatte, äh, schon alle, ich habe das Geld schon längst reinbekommen. Weil, ähm, ich wusste, dass wenn die Legalisierung näher kommt, werden diese Stellplätze teurer. Ich habe damals pro Stellplatz 1.083 gezahlt. Ja. Die Teile sind jetzt auf einem Preis von 3.200. Uh. Pro Stellplatz. Das heißt, egal wie, habe ich schon die Pflanze, äh, also den Stellplatz bezahlt. Und ich zahle, äh, jeden sechs Monate, äh, 178 Euro für die Verpflegung, äh, dass die meine Pflanze, äh, pflanzen, äh, pflegen und die Ernte machen. Mhm. Von der Ernte büße ich 55 Prozent ein. Ja. Aber ich mache ja nichts dafür. Ich muss nur die Verpflegungskosten übernehmen und ich gewinne noch immer pro Stock um die 40 Gramm. Ja. Ja. Aber das ist gut. Das ist passives Geld verdienen. Ja, klar. Das ist ein Zusatzverdienst. Ja. Ne? Dann hast du ja alles richtig gemacht, würde ich sagen. So, ich werde jetzt pengen gehen. Da wohl, wir können uns morgen gerne nochmal weiter unterhalten. Gerne. Jo, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Oh, lang hau tötet in ett Cindy Macher plus gemacht von 6,3 Prozent. Das ist heftig. Ich habe Bettyel gefunden und ich bin glücklich. Was? Ich habe Bettyel gefunden. Okay. Ich hab das die ganze Zeit gesucht. Ich geh noch eine rauchen und dann wird geschmiedete Katarno weitergemacht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Leute, aber dieses Spiel ist super gut gemacht. Jetzt kommt die Musik auch endlich ein bisschen besser. Katarno. Okay. 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 Wo muss ich denn hin? Ich sehe keine Drachen mehr. Ah, hier. Ich bin falsch abgebogen. Ruhe, Knoller. Ich habe Schilf. Ich kann mir einen fetten Bogen bauen. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Vielen Dank. 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 Also erstmal das ganze Dorf leerluten. Ach man, das macht schlechter. Nein, das macht schlechter. Okay. 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 What? Okay. 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 Yeah. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt muss ich Milch finden. Milch. Ja, Milch. So, dann habe ich alle Woffen richtig. A seconda, Sartu. Vielen Dank. Es ist sehr schön. Ah, Kochtopfprofi, gute Trophäe. Was, der überlebt. Super. Ups. Wir verlieren Alpha. Wir nehmen Charlie ein. Das ist so dämlich. Ich kenne es wieder selten. Was machen wir? Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Miss. Miss. Wir haben Alpha verloren. Wir haben Bravo verloren. Wir nehmen Bravo ein. Fertig vom T-Mate getötet. Was war ich mit dem? Der sprayt hier nur durch. Wir nehmen Alpha ein. Verbündete Drohne online. Drohne einsatzbereit. Preis sichert Charlie. Der Feint hat zwei Zielobjekte erobert. Wir nehmen Bravo ein. Wir verlieren Charlie. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Preis sichert Charlie. Nein. Wie der Spawn der gleichzeit ist schwierig. ist es Law. Rappump. Moment. Moment. Wir nehmen Bravo ein. Oh. Wir haben hier. Ziel-Objekt Alpha wird gesichert. Ziel-Objekt Bravo wird gesichert. Ziel-Objekt Bravo wird gesichert. Wacht. So. Wir nehmen Alpha ein. So. Oh, Dorsen. Luffy. Ich komm schon rein. Den Arm. Guck schon so traurig. Was ist los? Ich immer zur Stadt gucke. Luffy. Ich vermisse die Wäsche. Ja. Was ist los? Guck dir mal zehn Größchen an. Strecke Strecke. Okay. Wie geht der Ziemberg weg? Ach. Gott, gut. Und solange ich den Truppdruck gebe. Die Tür geht so abnerven, dass der immer nehmend halt durch Mauer spielt. Die Tür geht so abnerven, dass der immer nehmend ist. Die Tür geht so abnerven, dass der immer nehmend ist. Die Tür geht so abnerven, dass der immer nehmend ist. Die Tür geht so abnerven. Die Tür geht so abnerven, dass der immer nehmend ist. Die Tür geht so abnerven, dass der immer nehmend ist. Die Tür geht so abnerven, dass der immer nehmend ist. Die Tür geht so abnerven. 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 Die Tür geht so abnerven, dass der nicht so abnerven kann. Die Tür geht so abnerven. Die Tür geht so abnerven, dass der nicht so abnerven kann. ähm genau alles gut asalva ja mir geht doch ganz gut natürlich mein handy der beste gerade ausgeschlug nur wenn man nebenbei hat muss man haben diese kuppen das ist immer so ein bisschen urwärme menge mit absen haben aber halle in zwischen den online aus als diana an den mann gerne sie nur alle doch als schließen ob er von ihr stimmen mut schien mut schien mutter mosk ich fand die gar schien ja schlug in heiligen sariot Ich bin schon gelockt. Ich bin schon gelockt. Ich bin schon gelockt. Oh, mein Kontrolle ist ein Fummeldiakivall. Ich bin schon gelockt. Ich weiß nicht, was ich gerade überfordert. Merci, Backbone. Es sind drei Stunden spät. Drei Stunden, ich stelle die Beppe, sag ich schon. Ähm, Trifkin, ich lese nicht mal Kim. Trifkin. Naja Leute, ich musste kurz meinen morgigen Tag planen. Weil wir haben Urlaub und wenn man Urlaub hat, muss man alles machen, was man die andere Zeit nicht machen konnte. Streamen. Nö, nö. Kevin will sich so einen elektrischen Roller kaufen. Ich kann zufrieden, ob der abgeschaut. Ja, er will so einen Roller haben. Und jetzt gehen wir morgen gucken, ob wir einen finden. Und wir hatten auch schon davon erzählt. Nein, dann soll der das sehen. Wenn er will. Deswegen gehen wir morgen mal, weißt du, Bellwall. Und dann gehen wir da in Mediamarkt. Da rufst du doch schon quasi ein paar Ballmähl. Ja, aber du bist verletzt. Ja, ich weiß. Du darfst ja nicht raus. Oder darfst du raus? Nö. Ah, siehst du. Ich will doch mal verletzt, ich will Treppe. Wäre riskant. Wir haben uns die Führung gesichert. Der Feind ist in Führung gegangen. Feindliche Drohne an tief. Wir haben die Führung überlaufen. Boah, das ist ein großes Tier. Was? Na, klappt sie mir. Okay. Hat der nicht Angst, breitgedrückt zu werden von dem Monster Vieh? Mann, Teammate, du Stück Scheiß Mann, da krieg ich Kiel geklaut Bisse Treffenschluck hier mehr Boah, eine Quest nach der anderen Mann Ich habe eine Quest gefunden, aufs Versehen, von Level 20 Ich bin Level 8 Du rechelst das Ja, 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 ich vernischte die mit meiner kleinen Pamke Den Ikran rechelt das Hm Aufreden Oh Mann Oh Mann Ich spüre Aggression Oh, weil mir die Leute einfach zu dumm sind Hier ist wieder so ein Bäumchen Buck Ja, und gesehen Buck Berührt Berührt Gebuckt Diese Zutaten dann Sieht schon cool aus, muss ich sagen Ist der Kopfschmuck Den ich wieder gesucht habe So eine Stimme zieht sich aber ein bisschen bei Marcel, wa? Ja Oder bin ich ein bisschen falsch in der Zeit? Nein Nein Noch drei Körs zu, Mutter Da muss ich weiter Schuss machen, Mutter Pistole ich kann die nicht nehmen lange dass da das da musste alles das 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 und das 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 wie komme ich da hin und ekran das ist viel einfacher mit am mai das ist mein freund ich glaube der rettet mir nachher irgendwann den arsch weil der typ meinte wenn du dich mit den an freundes bist du mit denen befreundet für das leben also gehe ich davon aus dass er mir den arsch rettet irgendwann das heißt es nimmt jetzt leben sitz ich habe mich drauf redner da ob er ich bin eine santo dankeschön war eine wort jetzt lassen wir hier drachen steigen bei kai ich habe so lange nicht gelacht dass wir die wangen wehtun achte meine fresse wie einer noch wo denn oh man bin ich daran vorbeigelaufen ja das freut mich dass seine wangen wehtun jetzt kann ich über den hier laufen die haben einfach um diese fische herum gebaut die haben ohne scheiß um diese fische herum gebaut wie komme ich hier hoch stehe ich hier auf diesem schönen kleinen tierchen ich habe es geschafft so wir sind verwunderte ja es gibt ja auch keine sachen tun mehr außer mich ich tut mir leid für den lern verbündeter marschflugkörper nähert sich den zieht Stellung und verletzten die sie sichern verbündeter marschflugkörper eingesetzt die Stellung kommt mit dir die sie sichern in Ewa ja 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 nein nein wieso ziellich denn ich bin so dumm jetzt muss ich echt noch mein ekran ein zweites mal freischalten was ist das denn boah ich hab mir ja ganz schwer bekommen oh ne nur dass du es so geschrieben hast wer hat leute kann ich so sehen wie um ändern ich würde schon gerne meine sperr schleudern nutzen hier ausrüsten guck dir das an ich muss noch rausfinden wie es funktionieren handschleute hört auf vor mein visier rumzulaufen ich würde nicht auf dieses kleine tische entschließen ich fände es noch aus ok wenn ich jetzt dahin gehe dann kann ich am rufen und sobald ich amai habe kann ich auch viel mehr ähm machen also ich hab einen echt geilen bogen hier bekommen boah ist es nicht so ein pferdchen wo ich drauf reiten kann klingt so doof wenn ich das so sagen pferdchen hallo da sind pferd ähm liebe pferdchen kann kann ich auf einem von euch reiten halten zum besenftigen komm komm boah oh jetzt ist es weg ich hab's nicht so mit pferdchen ihr wisst nicht wie oft mich ein pferd umgerammt hat zehn sekunden komm mein boah komm machen sie zieh dankeschön komm ich wurde echt auch von einem pferd runter geschmissen man kann man das nicht was hier ist ewa ich nehme an das ist ewa bleib mal da stehen ewa ewa aber ich dachte es gibt nur eine ewa aber sie haben viele ewas ich will mich ja mit ewa verbinden aber es funktioniert nicht das ist diese bestimmte es muss diese bestimmte eine ranke hier sein und nicht eine der anderen tausend die hier hängen wo ist amai da ist amai da ist amai da ist amai ruft das vieh du kannst ja ruf geschossen da ist es halt so nervig am anfang lustig dass ich sie nicht mitnehmen konnte das war das war das war das war das das übertrieben das ganz ich komme von da ne das wird mir mega gepasst was ich habe ehrenamt um am Spielgesellschaft zur Hölle mit dir wo du gucken da ja ich komme auch von der Hölle das stimmt hätte ich aber auch im spiel geantwortet das leben ist so einfacher mit einem ikram ich glaube das wäre auch eines der ersten dinge die ich so wenn ich wirklich in navi wäre würde ich das so aufmachen natürlich zieht es ja um mich ich glaube ich ich mache die jetzt mal hier weil jetzt habe ich ja amai kann ich das machen ich will einfach nur mit welches machen los ich will einfach nur mit welches machen los letztens ist er gar nicht mehr aufgetaucht wie ist denn mit karsten los naja bei mir einen doofen aber mir einen doofen kommentar machen weiß ich nicht ja 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 Wir sind sicher. Wir nehmen Bravo ein. Wir verbinden ohne Online. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir kontrollieren Bravo. Nein, sicher. Bravo. Wir nehmen Charlie ein. Feind übernimmt Alpha. Wir verlieren Alpha. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Wir haben Bravo verloren. Feindliche Aerosol von Bayouwer Position. Hat die Helle. Es ging festgepumpt. Verbündete Vorräte sind unterwegs. Verbündete Drohne im Einsatz. Was ist denn das für ein Unsinn? Ich versteh diese Quest nicht. Von der richtigen Stelle aus. Beobachtet das Zarento. Zarento tut und von der richtigen Stelle folgt, um das aus so richtig schnell zu beobachten. Verbündete Rechter unterwegs. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zielobjekt Bravo gesichert. Vielleicht bin noch diesen Scheißdinger hinterher gerannt. Also. Das erste war hier. Ja. Und das ging nach hier. Und das andere ging nach da. Was tötet mich? Wieder mein Team, ey. Nee, was tötet der mich denn jetzt? Also. Falls irgendjemand von euch eine berauschende Idee hat, ich höre gerne zu. Ich lasse es einmal kurz hier mit der schönen Aufsicht stehen. Ich gehe kurz. Pänkelpause. Genau. Ja, er könnte dich schön aussichten. Pänkelpause. Also. Ich gehe kurz. Ich gehe kurz. Halte mich nach mal. رج seinem Video. Nach GO drama mit Leben. St Standort, ich gehe kurzaux Stift. Jaa, fach dich. Wir nehmen Charlie ein. Feind sichert Bravo. Wir verlieren Alpha. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Wir haben Alpha verloren. Wir nehmen Charlie ein. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Feind übernimmt Bravo. Geht. Nee. Die Feind sichert Bravo. Feind übernimmt's. Feind übernimmt's. Aufschrauben. Der Feind hat zwei Zielobjekte erhobert. Sie nehmen diese Position in Sicherheit. Feind übernimmt's. Bravo. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Dann legt er da am Boden den Schlumpen. Wir nehmen Charlie ein. Feind sichert Bravo. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Der Feind hat aktuell alle Zielobjekte. Sie nehmen Alpha ein. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Sie nehmen Charlie ein. Feindliche Tore erwarten. Charlie gesichert. Feind sichert Charlie. Erschneid ab. Wir nehmen Bravo ein. Der Feind wird alle Zielobjekt. Aufschrauben. Wir verlieren Charlie. Feindliche Drohle aktiv. Zielobjekt Alpha ist unkombiniert. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir kontrollieren Bravo. Feindlich sicher Charlie. Achtung, Stücke! Wir nehmen Alpha ein. Wir verlieren Charlie. Feindlich hat Charlie eingenommen. Oh. Feindlich sicher. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Feindlich sicher. Nee. Wieso fährt ich schon die im Herz? Zielobjekt Charlie wird gesichert. Da kann man der. Da geht. Geht. Ich habe Alpha ein. Alle Zielobjekt Charlie wird gesichert. Natürlich, Junge! Ich habe einen Schrauben, 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 Schrauben! Ich habe es sehr gut gemacht. Schnellen Ich liebe es, ich liebe es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Abschuss bestätigt. Alle Feinde im Gegensatz. Ihre Maßen auf Marke gesichert. Abschuss bestätigt. Die Verwanderte! Drohne einsatzbereit. Abschuss bestätigt. Verstanden. Drohne im Einsatz. Verbündete Drohne online. Bestätigt. Ja, sicher. Schau. Back again. Ja! Oh, die Stundel von Marcel, da hört immer noch an. Der kommt nicht mehr zurück. Ich war kurz weg, meine lieben Leute. Tut mir leid. Also, ich bin immer hier noch mit diesen blöden Dingen. Weil irgendwie muss ich dieses Ding anscheinend angucken. Aber wie oder was? Wo? Ich weiß es nicht. Ich muss aus einem bestimmten Winkel darauf gucken. Du Pumpenheim. Weasel. Ich habe drei Monitore. Der vierte ist noch nicht angeschlossen. Ich habe einen da, einen da und einen da. Der vierte steht hinter mir. Ich check's echt nicht. Also. Okay, wir brauchen dann eins. Ich sag mal, wie viel hast du denn nicht? Ja. Ich glaube, der Beppo, Beppo hat sie um die 15. Ich versuche echt zu checken, was ich mit diesen Dingen hier machen muss. Aber ich verstehe es irgendwie nicht. Ich glaube, der Beppo hat einfach so viele Bildschirme. Es sind nur fünf. Ja, ne, und hier und da. An der richtigen Stelle zu beobachten. Entweder bin ich dumm. Ich bin nicht dumm. ich drehe im kreise da bin ich habe einfach zu dumm glaube ich ich weiß nicht ich muss das google wenig böse aber ich check echt nicht was ich machen muss ich bin jetzt schon wie lange um dieses toten umher gedreht ich habe mich einfach zu checken ich bin einfach zu dumm dafür leute tut mir echt leid also das spiel an sich ist eigentlich echt cool also ich mag das spiel mehr gerne ich spiele es auch sehr ich glaube ich bin jetzt schon über 20 stunden im spiel drin am anfang fand ich es halt auch übel scheiße muss ich zugeben habe mich echt gelangweilt das spiel aber danach ging schon und jetzt bin ich nur noch am zocken das ist noch wenn ich mich ja 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 hier wird schlafen ich will es noch was spiele ich denn noch ich bin sehr viel fallout hat mich ein bisschen verloren gute nacht jana was ich noch sonst noch spiele kauf haben wir noch nie noch nie gespielt an die sache ist eigentlich wir spielen ja immer zusammen wir sind ja eigentlich eine gruppe halt becker marcel kevin und marcel und ich sind so die ogs nennen wir es mal so und die spielen fast alles gemeinsam das heißt manchmal suchen wir mehr krassen fort rein momentan suchte beppo halt in call of duty rein marcel sucht momentan fiel bei daylight ich suchte halt viel avatar und aber tag kauf haben wir jetzt noch nie so versucht aber ich glaube nicht dass das park so meins wäre wenn ich ganz ganz ehrlich bin ich denke ich jetzt nicht so jetzt mal ganz dumm auf die andere seite nicht checks halt nicht es ist hier irgendwo hier ich hab's gefunden ich war auf der falschen seite auf der falschen seite leute ja ja das war's jetzt echt das war's jetzt ich bin berauscht jetzt sind das totem ist fertig aber loris wie gesagt man kann ja alles versuchen wir sind ja offen dafür andere spiele zu spielen wenn es bockt würde ich mal so annehmen also einfach level 20 komplett verrückt ich weiß nicht ich weiß nicht ob das spiel mich so so einfangen wird wenn ich ehrlich bin ich weiß nicht ob das spiel mich so so einfangen wird wenn ich ehrlich bin vielleicht habt ihr bei bippo da eher glück oder ich bin etwas ausgebucht momentan denkst du escape vom tag auf das ist nix für uns oder denke ich nicht aber ich auch nicht denke ich nicht das ist das was ich suche das ist echt das was ich suche ja geschieht da jetzt was einfach aus der luft runter oder wo fliegen die denn jetzt hin bin nicht doof ich habe keinen plan wo die jetzt hin sind bin ich doof ich bin doof noch und wo bringen die mich jetzt hin in den tod und wo bringen die mich jetzt hin in den tod und wo bringen die mich jetzt hin immer dem rauch nach das kann auch das sind mutten sind stinkt bitte lass mich jetzt nicht absaufen hier alter ich bin vorhin so krass ertrunken wo sind die motten denn jetzt hin mann alle sind aber fliegen die jetzt hin jetzt die sind weg haben sie jetzt weg weiß wo ein fahrer gefolgt wird und die wischmengen und um noch mal weil ich ins wasser gefallen wenn du sie sind das für ein scheiß jetzt falle ich noch mal ins wasser wetten er findet gut lori ist das was ich dir halt anbieten kann ist dass du halt zu uns auch in disco server kommst dann kriegst du halt mit was wir so spielen mit anlauf und ins wasser nein ich bin schon wieder drin nein wo sind sie jetzt ich bin draußen wo sind sie wo sind sie wo sind sie da da oder nein sie gehen schon wieder hoch und dann verpuffen sie was soll dieser schmutz ich glaube nicht dass die nicht nein das waren keine freunde das sind paktis nein 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 ach du meine fresse das waren keine paktis du kriegst du kriegst sie anbord ich mag das nicht die tiere ständig umzubringen oh ich dachte ich hätte es hier zur yolo gemacht oh mein gott ist so dumm ich komme mir so dumm vor jetzt ist einmal hier okay go go und jetzt gehen sie hier hin und jetzt gehen sie hier hin nein wir können die mücken nicht auf mich warten ich bin halt nicht die schnellste jetzt gehen sie runter ich bringe mich halb um okay jetzt sind sie hier jetzt gehen die auf die andere seite ich springe jetzt über den stein hier wo sind die hin die sind jetzt hier hin ich laufe ich laufe ich laufe so was für ein schmutz bad boy ich war einfach fast daneben verarschst du mich? willst du mich verarschen? deswegen habe ich diesen scheiße CC mal gemacht gönn dir nehm die waffe leg die waffe weg leh die waffe weg kann ich irgendwas essen? oder wegschmeißen? ess das taas ist voll sammeln kannst du nicht mehr in größtaschen nein Wenn das jetzt nicht so eine Superbohne ist, ne? Ah, Glück gehabt. Glück gehabt hattet ihr. Als würde die das so jucken, weißt du? Wenn ich die so anschrei. Okay, das habe ich auch gemacht. Und hier ist noch ein Bäumchen. Oh Gott, hier sind... Oh Gott, hier sind so viele dieser Wege. Ich möchte meine Amai, bitte. Danke, Amai. Thank you. Tschiu, tschiu, tschiu. Weih, der war doch geblendet. Ein Klockenbaum. Tschiu, tschiu, tschiu. Oh mein Gott. Das war dumm. Ich fliege einfach da rein. Und jetzt mache ich die Platz. Lass das Pferd in Ruhe. Amai, amai. Mann, als würde ich mit dem Pferd, äh, mit dem... Das Vieh mir wirklich gehören. Okay. Noch einer. Sind die weg? Ja. Haben die jetzt ein Tier getötet? Ja. Solche Arschlöcher. Oh nein. Wir haben es für die Natur gemacht. Nein. Die haben es gemacht, weil Menschen Monster sind. Viel Natur und Friede. Menschen sind Monster. Deswegen hoffe ich, dass wir niemals, niemals auf so, so eine Kultur oder sowas treffen. Weil wir rotten die einfach nur aus. Weil Menschen ekelhaft sind. Ich habe gestern so eine Sendung geguckt von Ricky Gervais. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber er hat gesagt, es gibt nichts Narzisstigeres als die Menschen. Und da hat er recht. Wir sind, wir sind alle egoistische, egoistische Hunde. Der ist bestätigt. Ist mir auch egal, ob die Leute jetzt sagen, hör mal, wo sind die, die dir das Geld bringen? Ja, das ist ja schön und gut, aber trotzdem seid ihr halt egoistische Hunde. Also, die Menschen sind, ja, meine eigene Meinung sind Menschen. So hast du mich nicht töten lassen. Wie soll ich das bitte stimmen? Ne, was nimmt der mein Geld? Wer soll ich wissen, wie man da, also hier kriegt man Sachen, und zwar als Quest, so, guck, dass du klar kommst. Als ob der, der ist geblendet und er trifft mich ohne Problem auf 150 Meter gefühlt. Verbündete Drohne im Einsatz. Verbündete Drohne online. Abschluss bestätigt. Der Bruch nimmt seine Konterdrohne ein. Verbündete Drohne aktiv. Beide die Drohne im Einsatz genießen. Beide die Konterdrohne in der Luft. Oh, es hat geklappt. Amai gefällt das, man. Oh mein Gott, es hat geklappt. Ich hab keinen Plan, was ich gemacht habe, aber es hat geklappt. Was ist denn dieser, also diese Bäume zu finden, macht mich halt auch immer fertig. Jetzt komm ich da rein und dann bin ich weg. Da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich will zu meinem Glockenbäumchen. Ja, hier. Wo könnte mein Glockenbäumchen denn sein? Stimmt da, wo man ihn wieder als letztes vermutet. Ach, amai. Ich schmeiße mich einfach herunter. Nett. Mach jetzt keine Zähne hier. Bin mir fast sicher, dass das Bäumchen hier drin ist. Jetzt hätte diese Höhle gar keinen Sinn. Warum kann... Warum habe ich ihn schon genommen? Das geht doch gar nicht. Ah, der ist verschmutzt. Wer ist verschmutzt? Ah, deswegen ist... Oh. Habe ich jetzt echt den Weg umsonst gemacht? Ich schalte. Ich will raus. Lass mich hier raus. Jetzt bin ich in ein Loch gefahren. Ich will jetzt raus. Ich muss hier raus. I want to break free. Okay, warte. Ich guck mal, was für ein Level das ist. Wenn das jetzt auch Level 20 ist, dann gebe ich mir die Kugel. Du musst Level 20 spackelen. Boah, ich bin Level 8. Boah, ich bin jetzt hier rein. Ich glaube, ich werde so schnell abgeknallt. Ich habe das in meinem Leben noch nicht gesehen. Ein Schuss, ich bin tot. Ich weiß, ich bin es nicht wert. Boah, ich bin es nicht wert. Da steht jetzt kein Level, ne? Oh, mein Gott, wir haben Raketen. Die haben Raketen, die haben Raketen, die haben Raketen, die haben... Die packst du ab. Amai, 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 amai. Der Full wird aufgeschossen. Amai. Oh mein Gott, ne. Das ist gar nicht machbar. Die packst du ab. Die schießen mal einen Vogel ab. Nein, guck, guck, zwei, drei Schuss. Drei Schuss und Amai ist schon fast tot. Oh. Alter, was ist denn das für eine Dingenslevel? Danke, Michi. Alter, was ist das für ein Level? 87, oder was? Alles ist gut, wir gehen ja weg. Alter, die schießen mit Raketen. Ja, nee, Marius, der stellt. Nein. Aber was für ein Level ist das bitte? Sieben, Beppo. Ich hab mich so packen. Ich bin acht. Fuck. So gesehen, ich kann mich so packen. Ja. Ich muss die Dwinas streichen. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Hm. Ich überlege mir eine Taktik. So, aber ich mache den Stream jetzt aus. Ich suche mir jetzt jemanden, den wir reiten können. Wenn haben, bitte. Ich würde mal sagen, wir haben... Muss ich überlegen. Also, die spielen Monopoly einfach. Ja. Ähm... Elias. Ich will kein FIFA mehr. Nein, ich will den echt. Wenn du Profi-Monopoly-Spieler gehst. Hm. Ist überhaupt noch jemand da? Das ist die Frage. Weil ich weiß, dass die meisten... Also, Beppo... Phil ist eventuell noch da. Loris. Medved spiel ich ja selbst. Spielt. Spielt! Er will Loris. Ah ja, Loris wollte ich noch den in den Discord schicken, wenn er will. Ähm... Ich müsste bei Papaplatte warten. Haha. Ja. Loris ist noch da. Komm, mache da einfach. Das ist, äh... Ey, Kevin! Schicken! Warte! 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 Muss ich eigentlich jedes Mal raiden, das ist die Frage. Haha. Das ist schon. Das ist schon. Verbündeter Überwachung sehen Sie im Einsatzgebiet. Na, dieses Sofie ist so anstrengend. Na, dieses Sofie ist so anstrengend. Ja, genau. Ach, Loris ist jetzt auf meinem Discord, okay. Warte, Beppo, ich rück dich mal in den öffentlichen Channel. Moment. Wieso? Wieso? Weil die Leute uns nicht sehen in dem anderen. Und ich will nicht jeden da reinziehen. Wieso? Oh, ah. Oh. Jetzt sind wir zwar frisch gleich für die anderen. Aber... Das ist bloß 4 Millionen, oder? Doch. Das ist L? Das fängt mit L an. Mhm. Äh, nicht, ne, nicht, Loris. Hätte jetzt auch auf Loris passen können. Ne, boah. Hier hätt' mir auf 4. oder unser Chat geschrieben. Ich hab das nicht. Ok. Aber wie gesagt, Loris, du kannst bei uns reinkommen. Wie du willst. Wir sind, ähm, coole Menschen. Wir sind coole Kids. Ja. Ja. Deswegen hab ich uns jetzt in den öffentlichen gesetzt. Wo auch die uncoole Kids. Ja, genau. Können die uncoole Kids auch reinkommen. So, ich würde heute einfach mal gar nicht, oder? Ich weiß, euch fährt, weil ich hab für niemanden passenden. Web-Spiel Call of Duty, das hat gar nichts mit mir zu tun. Oder warte, komm ich suche einfach irgendeinem Random. Irgendeinem Random, der auch Avatar spielt. Mit so, so wenigen Zuschauern. Amorad. Hier haben wir jemanden mit, ähm, einem Zuschauern. Ich, ich geh einfach mal da rein, ich gucke, ob die Person sympathisch ist. Ich will mal jemanden mit Facecam haben. Ich mag Zwiebel. Die haben fast alle keine Facecam. Ohne Facecam ist teuer. Ja, aber ich, ich mag das nicht ohne Facecam. Alter, niemand streamt das mit Facecam? Die reden auch alle, die reden nicht deutsch. Die reden alle. Warte, was, ich hab jemanden. Die kommen alle von Uchtzig, Ska. 98 geboren, Saarlang. Ich hab's gar nicht so schwer, dass es jemanden zu finden, den man reden will. Ja. Wer auch nicht. Scheiße. Alle, die reden alle englisch. Hier ist sogar eine, die redet Chinesisch. Wolltest du eine Chinesen? Beppo, willst du eine Chinesen? Ja. Okay, die reden, keine Ahnung, Schwäbisch. Freibisch. Nee, ich möchte nicht Ikea. Die reden Freibisch. Die reden Ikea. Die reden nicht Ikea. Die reden Schwäbisch. Der redet Italienisch. Ach, Mann. Das ist echt schwer, Leute. Panda, der King. Nein. Es gibt nur einen Panda in meinem Leben. Der kommt von Panda. Nein. Es gibt nur einen einzelnen Panda in meinem Leben. Oh mein Gott, meine Maus ist weg. Ich hab's ja keinen Bock mehr. Das ist echt schwer, gerade weil all meine Homies sind weg. Nehmen Papa Platte. Ach, ich mach heute einfach gar keinen Weg. Auf jeden Fall, danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht. Macht gut. Ich werde wahrscheinlich noch mal streamen, bevor das Jahr vorbei ist. Nehme ich an. Ich glaube sogar, dass ich an Silvester selbst streamen werde, weil ich hab eh keinen Besuch. Und ich hab' eh keinen Besuch. Und ich hab' kein Leben. Deswegen schlaft meine Leute und dann sehen wir uns die Tage. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Feindliche Vorräte wurden eingesetzt. Feindliche Drohne aktiv. Dein Ciao. Haha. Also, also, dem Massal sind stumm, geht hier mein Mail haben, wa? Ja. Daher. Bereich sicher. Bestätige in der nächsten Stellung. Bereist feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Es bleiben noch 30 Sekunden. Stellung wurde verlegt. Seht mich sicher. Feinde innerhalb des Perimeters. Nee, das ist mir ein Witz. Es ist mir eher nicht. Es geht noch nie überhaupt noch über das Schliessbruch. Kein Ahnung. Schön, dann ist ein bisschen angelöscht. Nee. Ja, das spielt nochmal da bei the light. haben wir schon so blaus und bock, aber ich muss nur frei abspüren so ich kann auch frei spannen, ist schon mein ziel für heute richtig und bis heute noch fertig ist ja ok bock, das läuft jetzt biefen, ehrlich gesagt mein gott, aller larm ohne zugange den du hast ich kann heilig es sind die da, man, da kann ich es nicht mehr ich kann es nicht mehr Na. Untertitelung. BR 2018 haben wir das sollte man ja heute nur so ein spieler und heute sein findet kommen und hallo hängt aber am stream und du willst wirst du schon nicht viel hat ist schön gesund künste rauben wo wirst du mir da verkehrt Keine Ahnung. Boah, zeiget Ballen, negen Funkdorop. Zeiget Ballen, ob zing, man, steht, du heuer. Und... Da, man, schuldet ihn, du, man, zeiget Ballen, wegen Dingen, ob zing, man. Ja, ja, schuldet er, geholt. Hatscht uns am Problem. Charakter, Stirnbombs. Der ist mega dumm aus, man. Komm, hallo, man. Du dumme Wichser, du schiesse mich auf. Du dumme Wichser, du schiesse mich auf. Der Arm schützt halt schon wohl, oder? Nee. Brustschutz. Hä? Ich glaube, es gab einen schönen Tag. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Weiß nicht ohne Aktiv. Zielerfekt Alter und Bedenken. Oha, Ausrüstung halt. Du warst so ein Idiot. Verklebt, Martin. Ich bin schlau, wird es sein. Okay, die sind schlau, wird es sein. Ja, Haldemund. Level 100 Möchtest du deinen Hunger spielen? So, also, ich hab nur, ich bin schon gefangen, wenn man spiele, für den Regal habe ich 20, 20 Stunden, nur 100 Stunden, ah, 20, schon nur 8 Stunden. Oh, oh. Hier, hier, bravo. Dann launch Playstation aus, weil es dann schon so ist. Jetzt alles. Vielleicht. Vielleicht. So, ich hab schon eben nichts gesagt. Feind sichert, bravo. Wir verlieren Alpha. Feindliche Bombenzone aktiv. Ziel auf den Charly gesichert. Wir haben Bravo verloren. Wir haben Charlie gesichert. Feind übernimmt Alpha. Wir verlieren Alpha. Oh meine, Entschuldigungen, ApoRed. Ich lebe ungefähr. Ich kann zugreifen, dass den 1,7 Millionen Steuern zurückzuendet. Mit Erbaner, so. Ey, oder? Wir machen so eine BZ-Hölle von. Wir machen so eine BZ-Hölle von. Wir machen so eine BZ-Hölle von. Ohne, nein, nein! Wir verlieren Charlie. Feind, ihr geht mit. Feind, ihr geht mit. Feind, ihr geht mit. Feind, Elif, sie nehmen Bravo ein. Jetzt schreiben alle wir im Discord von Salva, wollen wir den Anfrog gönnet. Okay. das kann ja so nicht an so hat sich komplett verliert wo ich es nicht so schlachten so grüße nur die fußte immer christ zum holz auch an der situation ist mega depressiv und kein routine am dach ist also von alter die gleich die gleiche nachste bist depressiv davon ich weiß nicht was ich mache so ich probiere wirklich ganz viel das aller wichtig ist dass du es dazu bringt dass du nicht immer hier schon länger bestimmen hält Moment, ihr seht immer, wer am Gangen. Ich probiere wirklich viel mehr. Ich komme noch einfach um einen Punkt, wo ich nämlich weiß, was ich machen soll. Wissen, sie zieht sich immer Mates weg und... Weißt du, ich kann hier noch nicht zwingen, gell? Nö. Wenn du nicht willst, kannst du nicht schon anhören. Das ist ein Problem. Ich will mir gehören. Ich mache hier alles, was ich kann für ihn zu hören. Alles. Me... Entzieht sich. Du weißt, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil... Ich schläft den ganzen Tag. Ich spiele wohl nicht bei mir. Ja. Ja. Scheren zwar noch von einem... Me-Nos-Karl-Distanciat, wirst du, wenn wir jetzt nicht machen. Ja. Kannst du nicht mehr machen. Ja. Das war die zweite Kerl, dass du Marcel als du sitzt läst, geil? Ja, also das finde ich das Volumen ist ein bisschen zu nerven. Noch ein, zwei, drei. Nach 15 Level in einem Battle passt sie nicht mit dem durch. Die werden schon fertig, ganz gut. Die werden schon fertig. Okay, ich will vorvergehen, dann bitte ich bei. 1, 2, 3, 4, 6. Mal von denen jetzt weg, wenn ich dort zwei schon fertig bin. Oder dann auch die andere Feier. Oder sind wir? Ja, gut. Okay. Okay. So einfach. Okay. 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 So, ich hab auch schon geschlopfen. Jo, es sind das auch für euch. Oh, es sind das auch für euch zu wissen. Guck mal her, ich mache nur Haut, hallo? Jo, kein Stress. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.